Freunde, da bin ich wieder. Ja, das Kratzen und das Stirn mache ich immer, weil es mich beißt. So, Chuck ist hier, David ist hier, Wojtkett ist hier, der Alex. Der Hörl war auch schon da und der Julian, der Doktor Bremer aus dem Bayerischen Land ist auch noch da. Wir spielen noch mal ein bisschen LS19, ich hab's gleich. Wir haben gerade ein bisschen gefunden, wir haben jetzt Südhämmern Map reingemacht, weil diese Hof-Bergmann-Map irgendwie sagt, du kommst da nicht rein und deswegen haben wir jetzt umgestellt auf Südhämmern-Map und die funktioniert. Bis jetzt noch, oder? Chuck? Ja. Chuck hat das gemacht, der Alex ist mit mir auf dem Schweinehof, der David ist auf dem Hilfe? Kuhhof. Auf was? Auf dem Kuhhof und der Chuck und der Julian sind Lohnunternehmer. Wir haben jetzt eigentlich drei Bauernhöfe und wir sind eigentlich schon im Spiel drin und der Alex und ich, wir müssen jetzt da scheiße mal rüberlatschen. Tom, ich hätte einen Vorschlag. Ja. Und zwar durch, dass wir ja alle eigene Höfe haben. Ja. Dass sie, dass sie einen eigenen Channel hat, dass man sich da auch so unterhalten kann, weil dann redet keiner anderen ins Wort. Ja. Und wenn man zu einem hinkommt oder so, dass man den Channel dann wechselt. Ja, da muss ich immer wechseln. Scheiße, was ist denn hier los, Alex? Scheiße, wir müssen über die Brücke, Alex. Können wir hier rüber schwimmen? Versuch's. Ne, ich sauf ab. Hey, das geht. Haha. Geil. Geil. Schwimm mal rüber. Was? Wo bist du? Ich seh dich nicht. Hier. Wo? Hinter dir, hinter dir. Ja, schwimm mal. Alter. Wir sind überm Floß geschwommen, da kennen wir nix. Ähm, nein. Ich glaub, wir können schon drinnen bleiben, oder? Wenn's jetzt zu viel wird, dann gehen wir halt einen extra Channel. So, Leute. Ich muss jetzt... Magazin ist wohl, ist auch der. Also Magazin ist leer. Haben wir die Felder kaputt, Mann? So. Weg. Hä? Tschak. So, wir gehen auf Wiese 2. Wir sind ganz unten. Ähm. David, geht's jetzt bei dir? Ja, geht. Aber ich kann halt nicht mehr als ein Tierhaltungsteil platzieren. Ja, das ist normal. So, Alex. Vielleicht können wir kurz einen runtergehen, oder so? Ja. Ja, ihr könnt ja... Ja, aber wir brauchen euch ja, wenn wir was fragen müssen, Chuck. Also, der Wojtki kennt sich eh ein bisschen aus, oder? Da, Alex. Na ja. Na ja. Ich glaube, man kann ja schnell einen Chat schreiben, oder so. Dann kommen wir ja schnell und joinen, oder so. Ja. Ey, geil hier, oder? Hab ich doch gut ausgesucht, da, oder? Ich glaub, das sieht gut aus hier, meine Lieben. Ja, jetzt, äh... Der Chuck soll noch da bleiben. Ich muss wissen, welche Traktur... Ja, ich kenn mich zwar hier aus. Wir können ja je alles kaufen, aber wo, ne? Ja, genau. Dann... Sogar Windräder, oder? Dann bearbeiten wir gleich mal Feld 38, oder so, wie es aussieht, wo wir grad hier laufen, hier, da, oder? Oh, da ist ja schon was. Da geh ich mal hoch. Ja. Was ist denn das? Disch mich. Gehört Sophie Dresdner. Ja, kann ich das kaufen? Ja, ich kann's kaufen. Okay, wo seid ihr grad im Shop? Oh Gott, warum müssen da Polizei bei uns? Wo? Da ist Polizei, was? Wo? Ja, äh, macht ihr Verbrechen, das geht immer gar nicht. Alter. Hier ist ein Mercedes. Ja, und wo ist unser Schweinehof? Da drüben? Wo? Alter, wie viele Kühe passen hier rein in die Dinge. Ich hör keinen Reinhard mehr auf, wenn sie klicken hier. Nee, das ist er nicht. Also, wir haben hier die Fläche gekauft, jetzt müssen wir hier was hinbauen, oder? Aber wir müssen erst hier hinbauen, Chuck. Chuck ist gar nicht mehr da. Julian? Fragt David. David? Ja, ihr müsst da was hinbauen. Ja, aber da sind schon Häuser hinten. Da in dem Feld, Wiese 2? Ja, in dem Feld. Wie mach ich das? Ja, P, denn auf Objekte, denn das Ding auswählen, was wir haben wollen. Wo soll man hier? Kann man das Tor aufmachen? Landschaftsbau starten. Nein, nicht Landschaftsbau. Da, wo im Shop, wo so ein Häuschen ist, dann steht da zum Beispiel Tierhaltung, geht ja auf das, was ihr platzieren wollt, und das könnt ihr platzieren. Wart mal, B? B die... Also, da, Haus. Ja, warte, diverses Tierhaltung. Äh, Silos, Dekoration, Farmhaus, oder? Nee, Farmhaus müsst ihr nicht um Missionen... Ihr könnt auch Tierhaltung machen, weil Farmhaus ist eigentlich nur ein Haus. Ja, was gibt's so Farmhaus? Ja, äh... Also, es gibt Hallen, es gibt Farmhaus, Silos, Dekoration, kann ich alles kaufen. Das Haus hab ich für dich rausgegeben. Ja, hilf mir mal, damit's Papa weiß. Da gibt's nicht viel zu helfen. Ich will ja keine Tierhaltung, oder schon? Ja, was seid ihr denn für ein Hof? Schweinerhof. Ein Schweinehof. Ja, dann müsst ihr Schweinedinger kaufen. Will ich aber... Ja, wenn ihr Schweinehof seid, dann müsst ihr das kaufen. So, großer Hühnerstall, Hühnerstall, Lizzart, Kuhweide... Kuh... Mö... Jetzt warte, warte mal. Hühnerstall, Kuhweide... Ja, ich bin ja ein Schwein im Chinesisch, ich mach mal Schweine hier. Soll ich ein Farmerhaus bauen? Da, Schweinestall. Großer Schweinestall. Sind wir ein großer Schweinestall? Ja. Das ist eure Sache. Und dann ein Farmhaus. Großer Schweinestall, oder kleiner, normaler Schweinestall? Wollt' es gehen? Ja, jetzt sind wir ein Team oder sind wir kein Team? Jetzt müssen wir uns entscheiden. Großer Schweinestall oder kleiner Schweinestall? Großer kostet 250. Gibt's einen mittleren? Ne, der mittlere ist... Der Schweinestall ist 90.000. Machen wir einen kleinen Schweinestall, Farmhaus rein und alles ran, oder? Ja, ich baue das Farmhaus. Was? Ich baue das Farmhaus. Ja. Der deutsche Farmhaus. Und dann, was muss ich machen? Du musst auf das Ding gehen. Ah, und dann kann ich sie hinstellen. Ah, okay, warte. Wie kann ich's drehen, Digi? Da steht mit F1 steht das da eigentliche Start, mit dem Pfeil-Tasten sogar. Im Pfeil-Tasten? Ja. Ah, okay, warte. So passt eigentlich hier vorne. Machen wir hier einen Eingang hier. Warte, Mann, Schweinestall machen wir hier, so. Wie findest du das Haus? Habe ich's gut platziert? Vorm Eingang hier? Ja. Warte, Mann, mach ich hier Schweinestall, warte. So. Oder? Ja, geil. Zu meinem eigenen Ding hin, zu meinem Hof, habe ich vom Shop ja noch nicht mal weit. Okay, siehste. So. Und dann machen wir noch, was machen wir noch? Wie komme ich wieder zurück? Achso. Dann, was haben wir noch gesagt? Äh, scheißen Dreck. So eine Kuhweite? Ne, Kuhweite brauchen wir nicht mehr. Hühnerstall? Sollen wir einen Hühnerstall noch? Ne. Können wir eigentlich auch machen, oder? Diverses. Fahre machen, was das Tug macht. Hallen? Sollen wir noch eine Halle? Ein Silo brauchen wir ja auch, oder? Ja, Hallen für die ganzen Traktoren und so. Easy Shed 3 Halle. Die kostet 32.000, oder? Ja, nehmen wir die. Easy Shed 1 wäre aber praktischer. Diese Shed 1? Ja, nehmen wir die. Wo soll ich die hin? Äh, mach die einfach vielleicht gegenüber vom Haus. Gegenüber? Obwohl, nein, 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 warte. Äh, wenn du, kann man rotieren kurz, äh. Da so hin, da. Vom Eingang hier so. Vom Eingang. Da so. Siehst du das? Ne, da so. Rechts vom Eingang. Hier, die Hallen rein. Ich würde meinen, so, äh, hinter diesen Zaun, warte. Darf ich mal hin platzieren? Da. Sieht doch gut aus, so. Ja, ja, genau. Das wollte ich jetzt sehen. Ja, ja. Hm. Du musst mich nur machen lassen. Kann man irgendwie Straßen platzieren? Da bauern wir dann Traktoren, müssen wir gucken. Leute, wir müssen gerade neu auf. Paletten, Pickpacks, Ballen brauchen wir nicht. Ein Silo noch, oder? Ein Silo, da, Heulager. Sollen wir ein Heulager machen? Getreidesilo, großes Silo. Was brauchen wir denn noch, David? Hilf mal. Hallo, ihr lieben Schatzi, ist hier. Ja, das ist. Da, mein Bärchen. Da kann ich nichts beantworten, denn ihr seid ein Eingangierer Hof und. Ja, ich frage ja nur. Heulager. Ich habe noch nicht viel mit Schweinen gemacht. Wo machen wir das Heulager, dort, wo die Schweine sind, hinten? Wie drehe ich denn das, den Scheiß hier mit der Map? Den sehe ich nur so. Heulager, warte mal. Wir sind gerade am Bauern, Schatz. Heulager neben der Halle? Nee. Oder? Was meinst du heute gibt? Kannst du entscheiden? Ich weiß nicht, wie der Eingang ist hier, wie ich blind? Warte mal, ich drehe mal. Wo ist denn hier der Eingang? Heulager? Mach gerade den Eingang mit Straße. Ja, aber ich bin gerade überlegen, die ist Heulager, soll ich das hinten? Hier im Eck? Da so hin, oder? Da beim See ist Heulager geil. Oder? Ja. Und ein Silo, ne? Mach mal einen großen Silo? Oder einen kleinen? Mach mal einen großen Silo. Scheiß drauf. Silo neben Heulager, ne? Jo. Du bist jetzt dieses Land nicht fick dich. Was? Ja, ich muss das Land auch schon kaufen. Vorher. Ja, da hinten. Wieso kann ich hin? Hä? Echt jetzt? Läuft man hier? Hallo, Chef, wie geht's? Halemann, du siehst aber spät? Ja, weil ich ja auch ein Privatleben habe. Und, ähm, ich, äh, annehmen. Hast du, Tom, du hast ein Privatleben? Wahnsinn, ne? Das wussten wir aber alle noch nicht. Wahnsinn, ne? Fast nicht zu glauben, ne? Alle schnell wieder aufgehen, der Typ war ein Privatleben. Wahnsinn, hey. Da, hast du den Silo, oder? Ist das gut? Super, jetzt habe ich es verkackt. Wie komme ich dann wieder? Alter. So. Sieht gut aus hier, ja? Machst du die Straßen, oder wie? Ja. Sehr gut. So, Heulager. Aber ich kann hier nicht die Straße verbinden, das ist irgendwie... Welche Straße? Wo? Klar, warte mal. Hier hinten, die vorne. Was muss man da machen, David? Wegen den... So, was für Traktoren sollen wir den großen, oder? Guten, was ist hier gut? Ich gucke einfach mal. B. Wir sind am Bau, meine lieben Freunde. So. Was wollen wir? Sollen wir Großtraktoren, oder? Sollen wir die grünen nehmen? Die Fendt? Oder, nein, Großtraktoren? Ja, machen wir zwei, die grünen Traktoren, oder? Nein, welche grünen, welche grünen? Deutz, oder? Ja, ich weiß ja nicht, was das ist. Ich kann ja nicht wechseln hier mit Namen. Frostmaschinen, Mähtechnik, Rübentechnik, Mähdrescher. Also, wir kaufen uns einen... Was wollen wir denn so anbauen? Baumwoll oder eher so Zuckerwoll? Ich... Puh, keine Ahnung. Du weißt gar nichts, oder? Mann, was habe ich denn hier für einen Mitarbeit? Äh, was soll man... Soll man New Holland nehmen, oder einen Steyr? Es gibt einen John Deere, einen Case. Also, es gibt sogar mehrere. Der Steyr... Ja, ja, der Steyr kostet irgendwie... Warte mal, da... Der Deutz, das ist ein Grüner, der sieht eigentlich gut aus, oder? Series 9? Ja, wir könnten mal auch den Deutz, den Grün, oder... Oder Messi, oder einen Steyr, Steyr, ja. Das ist euch überlassen, also ich habe davon noch wenige Ahnung. Ja, welcher ist gut? Alter, bist du ein Bauer, oder bist du ein Rüttel? Ich bin ein Bauer, aber... Äh, das ist euch überlassen, also... Ich habe eine andere Meinung von Treckern, als... Äh, jeder andere... Als, äh, andere Bauern. Da, da. Da gibt es einen, ein... Der Kast 208, heißt der... Wie ist der? 7R-Series Yellow, hups. Ich mag John Deere nicht so. Ja, weil ich mag's denn? Äh, ich mag alle anderen, außer John Deere. Und New Holland nicht so. Du magst... Okay, du weißt nicht, warum ich in Zukunft nicht mehr rede. John Deere finde ich aber gut. Ja, einer, wo gut aus... Wer... Wo ist ein Starken? Steht da dran, oder? Wie viel besser? Warte mal. Geh mal zurück hier. Ich will dich nicht beeinflussen, aber New Holland hat, äh, finde ich eigentlich eine gute... Meine ich auch, New Holland. Mag die nicht von der Optik her, aber die sind so schmal so. Ja. Denkst du, die sollen das ganze Feld platt fahren? Ich finde den New Holland, äh, den D8-Series finde ich jetzt gut, oder? Was das hier alles platt fährt, kannst du ja nicht mehr bewirtschaften. Den D8, soll ich den kaufen? Ja, jetzt, ich guck grad. Reicht der, 320 Bäs? Na. New Holland? Der reicht eigentlich für sehr, sehr gute Arbeit. Der D8-Series? Ja, ich kauf ihn, ja. Wie ist der, 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 äh, der Ferguson MF 8700, 250.000 Euro? Hab ich noch nie gefahren. Der hat 300 Bäs. Der eine, also der blaue hat 320 Euro. Kauf mal, du einen blauen, ich einen blauen, ja? Den D8, ja, okay. Ja, okay? Aber, ähm, kauf die bessere Variante, oder? Welcher? Ja, ja, klar. Einfach bei Motorausführung. Ja, Motorausführung, ich kenn mich zu wenig aus. Der sich aus, der D8 380, oder? Ich mach mit Breitreifen, okay? Hm? Ich, äh, ich mach den Motor, Motor. Ich mach, äh, den New Holland mit Breitreifen. Ja, welcher ist gut? Motor? Ja, mir ist es egal. Plus 57.000. Weil der New Holland hat jetzt 435 PS, das ist genug. Mehr als genug. Reifenvariante? Breitreifen. Ich hab Breitreifen. Riecht auch, okay, ja. Passt. Mieten? Nee, kaufen, ne? Kaufen. Abgekauft. So, dein Kauf steht beim Händler bereit. Holst du sie? Äh, du müsstest sie eigentlich auch holen. Okay. Weil es sind zwei. Äh, zum Dreschen? Anhänger brauchen wir? Boah, ist das ne Arbeit, Leute. Ich komm mir grad so wieder gefickt vor, hey. David, du musst mir ein bisschen helfen. Ich weiß nicht, was für, was für Dinger hier, äh, ich kaufen soll. Nee, technikmäßig. Dass du sie eben selbst überlassen. Ja, aber ich kenn mich noch nicht so gut aus. Da frag ich mich, warum, warum bin ich noch da hoch? Fuck you. Hilf mir. Nein. Fuck you too. Fuck you too. Soll ich eine Gruppe kaufen? Dann brauchen wir ja auch. Gruppe braucht man ja. Scheibenhecken. Oder wieder sind das Spiel, da Gruppe? Genau, ja. Kaufst du mal zwei? Gruppe? Jo, kann ich machen. Machst du das? Jo. Ja, welche soll man nehmen? Warte. Geld haben wir ja genug. Gruppe, Gruppe, wo ist Gruppe? Oh, den Flexi-Cole, den großen, oder? Warte. Der ST-820, den hat man auch schon, oder? Oder den gelben. 186.000 kostet er. Ich hatte damals den ST-820. Und du hattest den gelben. Den ST-820, den hab ich gut gefunden, ja? Den schwarzen. Ja? Ja. Nehmen wir den. Nimmst du einen, ich einen, okay? Jo. Okay, nehm ich auch einen. Da müssen wir nichts ändern, ist ja alles gleich, oder? Richtig? Ja. Mhm. Kaufen. Was brauchen wir noch, zum, äh, dass man Mais ansetzt und so? Äh, wo sind die Ansätze? Kennst du dich, du kannst dich besser aus, ich hab da echt ein fucking Problem gerade. Sätechnik, oder? Ja. Darf ich mal kurz was sagen? Ja. Ah, die Fresse. Sätechnik. Tut mir leid, aber sowas hat mein Karma. Nee, 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 jetzt warte mal. Sätechnik will ich den einen, den wir vorhin gehabt haben, hier. Diesen Rapid, oder? Ist der gut, Danny? Rapida, rapida. Oder diesen Horsch. Den, den du vorher hast am besten. Oder einen großen, oder? Sätechnik. Wie ist der Horsch? Pronto 9 DC? Oder der Starra? Nee, warte mal. Hat's gerade geruckelt, ein bisschen. Ja, das ist normal, wenn man im Shop ist. Und zweitens bauen wir die alle, deswegen lecktes könnte es ein bisschen lecken. Was ist gut? Oh, der Terminator, TA818. Terminator. Ja? 212.000. Was kann ich mit dem Säen, wo steht das? Da steht alles drin, oder? So eine Säenmaschine kannst du alles säen. Egal, Mais, sowas du brauchst. Nein, ich spiele nicht Hofbergmann, wir spielen Südhämmern-Map. Wir sind im Schweinehof. Südhämmern. Könnt ihr nicht lesen, wenn ihr mal in Livestream geht? Oben, da steht doch oben, LS19 Südhämmern-Map. Du musst auch darauf achten, nicht alle können lesen. Ich denk's mir gerade. Sollen wir den Terminator nehmen? Kannst du machen. Vor allem kannst du machen, du. Kann ich mit dem alles säen? Hilf mir mal. Sorry, Leute. Das ist wie wenn der David fragt, wie stülp ich ein Kondom über den Penis. Ja! So. Kauf dir eine Bahn an und zieh drüber. Sollen wir den nehmen? Ich nehm den, okay? Ja. Der klingt geil. Der hat mein Auto. DH18. Ah, der geht mir tierisch einen ab. So. Was brauchen wir noch? Einen Anhänger. Kriegt ein Haar? David, gib einen Tipp, Anhänger-mäßig. Äh, warte, dazu muss ich... Ladewagen, oder? Also, wenn man dann... Von Krone wahrscheinlich. Ja, Ladewagen. Krone oder von ganz normalen Hängern, Tipp. Wollte ich kleine Hänger oder große Hänger? Ein großer. Ein Rapidte? 8400? Kann ich euch auch Krone oder... Äh, hier, äh... Krone ZX... Krone ZX oder... Joskin empfehlen. Ja, welcher Krone ZX, oder? Meinst du? ZX 560 GD, oder? Breitreifen. Bei den... Äh... Bei den ganz normalen Hängern... Krone TX 560 D. 65 GD, oder? Ja. Krone. Den grünen. Da gibt's Michelin-Reifen oder Trelleborg-Reifen. Ich find die Michelin-Feiner. Das ist ja eben selbst überlassen. Also, ich würd die Trelleborg nehmen. Wieso? Weil Profil, Reifenprofil... Ah ja, stimmt, ja. Und umso besser das Reifenprofil ist, umso besser hast du Traktion, umso besser Traktion hast, umso besser kannst du fahren. Und da gibt's auch Abdeckung. Ist die gut, Abdeckung? Ja. Äh, dann wird das nicht nass. Super, dann wird's nicht nass, dann nehmen wir das. So mach ich das. Okay, Trelleborg, Breitreifen und, äh, Abdeckung. ZX 560... Nimmst du den auch? Ja, die habe ich schon gekauft. Das heißt, wenn ihr BGR benutzen wollt, die habe ich gekauft. Box ist hier, moin. Sorry, dass ich so spät dran bin, aber ich habe auch ein Privatleben. So. Was brauchen wir noch? Daftig. Was brauchen wir noch? Daftig. Äh, Mähdrescher. Ja, da kauf mal zwei Mähdrescher, Gute. Warum zwei? Ja, dass wir beide mähen können. Oder halt, äh... Ja, zwei, zwei. Ja, klar. Nur nicht zu viel, dass man... Mähdrescher, wo sind die? Ja, kauf gute, äh... Mähtechnik, oder wie? Ja, Mähtechnik, genau. Mähtechnik ist aber nur das Vordere, oder? Nehmen wir einen Großen. Was ist der Pottinger der Novacat X8 ET? Alles, was teuer ist. Rein damit. Oder? Ja, was lacht der echt? Ja, klar. Das teuer ist meistens das gut. Ja, klar. Groß. Hier, kaufen. So, Schnauze und dann holen wir den Scheiß. Und das andere kaufen wir halt noch und noch, oder? Hauptsache, es funktioniert. Ja, holen wir mal den Scheiß, oder? Beim Händler. Oh, der Händler ist sicher an 20.000 Kilometer. Ich hab nicht mal ein fucking Auto hier. Muss ich wieder laufen? Nein, dann natürlich. Tab? Ja. Wir haben doch mal. Ah, ich bin eh beim Händler, siehste. So. Ja, kommen wir auch. Alex. Ja, ich bin grad am Gruber-Auto gekommen. Am Gruber-Auto? Okay, dann nehm ich mal mein Ding damit. Alter, das muss man alles kaufen. Ich muss immer reinkommen, das find ich eh gut. Das Geld muss raus. Ja, voll, hey. Raus, die Scheiße. Da ist eh, Julian. Julian? Ach, der ist auch beim Händler. Der Julian ist ja nicht der Ding, ey. So. Oder muss ich aber weit fahren, Leute, hier. Muss ich erst markieren. Wie markiere ich nochmal die Map? Fuck, ist das ne kacke hier. Mal hier, so. Wie? Kann ich meine Map nicht markieren? Wieso nicht? Tom, jetzt hab ich FPS-Einbrüche. 10 FPS. 19 FPS. Wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man das Zeug gekauft hat. Boah, 2 FPS, ich kann mich kaum mehr bewegen. Scheiße. Scheiße, da kam gerade ein Auto. So, meine lieben Freunde. Boah, Alter. Hm? Juhu, jetzt hab ich wieder 20. Ja, jetzt hab ich durchgegangen 20. Egal. Ich frag mich gerade, warum wir unser Ding so weit weg gebaut haben. Dann kommen wir so weit vorhanden. Tom, soll ich dir ein Witz sagen? Treffen es sich da unten. Meine Wiese 1 ist direkt neben mir im Shop. Ja. Mann. So, Mist. So, meine Lieben. Mist, der hat wohl jemanden klein. Prüfung klappt, Alu. Was, wie, wo? Sorry, dass ich kann nicht lese. Daumen, was, wo, klappt? Was, 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 was? Viel Spaß, man zieht uns auch. Dankeschön, Alu. Mich ja auch und, äh, ach, alles gut, Prüfung. Locker. Oh, das ist richtig big hier, was ich hab, oder? All das passt gerade an die Straße rein, diese Set, oder? Alex. Also, muss ganz, ich fahre einfach die Straße entlang. Dann rechts, Feinkost vorbei und einfach runter zur Wiese. Haben wir schon. Komm rein, haben wir schon Straßen und dann muss ich das noch machen. Oh, da kommt ein Auto und ich bin so breit. Was soll ich machen? Ja, scheiße. Digi, verpiss dich. Alter, ich komm nicht vorbei. Ja, du musst so flüssig Dünger benutzen. Alter, der Pkw geht mir auf den Sack. Verpiss dich. Hey, Alter, Willy. Mann. Ich hol noch einen Düngerträger. Ja, alles her, was wir brauchen. Also, und dann bearbeiten wir mal ein Feld. Alter, ich bin so breit, hey. Gut, siehst du aus. Fett bist du geworden. Über die Brücke muss ich, ja klar. Bis das Auto unten fahren. Alles ist so breit. Alter. Alter. Jetzt hänge ich. Super. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch mit Hallen platzieren aussieht, aber ich kann keine Hallen auf meinem Ding platzieren. Ich weiß noch eins, dass ich diese fucking Laterne gehängt bin jetzt hier. Alter. Da komm ich doch nicht über die Brücke mit dem Teil, oder schon? Bist du durchgefahren, weil ich geht? Ja. Hey, da fährt ein Schiff da unten. Wie geil ist das denn? Willy? Läuft. Sorry, Leute. Ich muss ein bisschen auf die Maps gucken, sonst weiß ich nicht mehr, wo ich bin hier. Hey, das hubt sogar. Äh, David? Ja, der Zug auch. Zum Düngern braucht man eine Düngermaschine? Diese kleine Traktor, ich kann auch einen großen kaufen. Er reicht der Traktor zum Pflügen, oder brauche ich den stärkeren? Den mit Doppelreifen. Brauchen wir da nicht stärkere? Oh, scheiße. David hilft mir überhaupt nicht, der gibt mir null Tipps. Vielleicht bin ich euer Hof, also, pff. Ihr seid auf der Seite auch mein Feind. Warte, wie komme ich zu meinem Hof? Ja, hinfahren. Ah, darüber. Ja, wir könnten doch den Breiten kaufen. Nee, der geht schon. Was braucht man fürs Ding? Für was? Für was düngen. Hey, der Zug geht immer auf den Sankt. Zum Düngen? Ja, Dünger brauchen wir. Braucht man da irgendwie noch ein Gewicht vorne oder so? David? Wenn der Träger zu schwach ist, natürlich, aber keine Ahnung, wo der Träger zu schwach ist. Wo ist denn eigentlich Chuck und die anderen? Sind die runter? Keine Ahnung. Ja. Hallo, nix. Ich komme mit meinem fetten Dial hier. Ei. Müssen wir dann immer zum Händler fahren? Ja. Das nervt. Ey, das Ding ist so breit, dass es gar nicht reinbar ist. Dann stelle ich hier auf die Wiese, oder? Und hier müssen wir mähen, oder wie? Ach, da hast du es hingestellt, okay. Ja, hol doch mal die andere Scheiße dann noch. Ja, ich hol den Dinger. Soll ich mal ausklappen, Leute? Wie breit das Ding ist? Guck mal, Leute, hier. Das ist eine Sa... Sa... Äh, wie mache ich das mit dem Saatgut? Das muss ich kaufen beim Händler, oder? Machen wir Mais und Sojabohnen, oder? Meut geht. Jojo. Seht ihr, Leute? Das ist ein breites Teil hier. So muss das aussehen. Meine lieben Freunde. Wie ist das? So kann man arbeiten. Ne? Mhm. Schon wieder haben wir gucken, alles. Jetzt nochmal. Ja, aber immer so Standbilder. Ja, weil man was kaufen muss. Ich glaube, die... Kaufen aber ständig Sachen. Was haben wir noch beim Händler? Äh, da müssten noch die Anhänger stehen. Muss ich jetzt extra nochmal mit dem Traktor rüberfahren? Also, ich komme gerade mit dem Dünnertraktor. Okay. Und Dingeln. Ja, Wolk, hilf mir hier, der Alex, ne? Braver Burt. So. Und wenn ihr fragt, warum... Und wenn ihr irgendwelche frei habt, warum ich hier im Schindel bin, obwohl ich gar nicht auf dem Hof bin, keine Ahnung. Egal, die können ja da bleiben. Ich muss den Chuck was fragen. Wo ist er denn? Bei Derek Cooleys. Hä? Was, der ist weg? Der ist unten, oder? Keine Ahnung, wo der ist. Der ist unten. Der hat vielleicht einen Mann gemacht. Chuck, ich will mal ein bisschen helfen. Wir sind auch am Einkaufen und so und aber... Ja. ...wenn wir Hilfe brauchen und so, weißt du? Aber egal, ich bin da unten. Wir haben schon ein bisschen was gekauft. Wir haben schon ein Ding gekauft. Äh... Ähm... Sehr gut Maschinen. Großen halt. Großen und Tag. Förster, danke schön für das Abo. Ich gehe unten. Komm, es hat noch ein Kaminzimmer, ne? Die sind einfach aufgegangen. Säcke. Was denn? Danke für das Abo. Die Zeit? 0,49. Ja, Leute, ich bin deswegen spät dran, weil Papa angeln war bis 22 Uhr oder fast mit einem Kollegen, ja? Und, äh, das ist halt mein... Oh, da kommt Alex. Haben wir noch drüben was, Alex? Äh, was? Haben wir noch was drüben? Äh, ja, müssen wir noch haben. Du bist einfach auf der Straße entlang gefahren? Ich muss mal gucken auf dem Meppen und her. Du bist ja verdammt gekonnt. Lol, die BGA brennt. Was ist denn hier los? Warum? Was kommt? What the fuck? Da kommt Feuer aus dem Bord und Strahl und Stein. Oh, läuft bei dir. Ähm. Ja, Leute, wir müssen... Irgendwie war die Stange gerade im Weg. Alter, was machst du die ganze Zeit? Kaufst du die ganze Zeit oder die anderen? Also, ich kauf nichts. Und FPS... Ich glaube, man kauft mal was, gehen die FPS runter, ne? Hm. Alter. Ach, du bist über diese Brücke gefahren. Warum steht da die Polizei? Die steht halt... Die steht immer dort, wo sie nicht stehen sollte. Mann, wo ist der Händler? Alter. Warum brennt Herr Schornstein, Mann? Das Geister ist nichts in der Nähe. Nichts. Und Felder müssen wir dann kaufen, oder? Jo. Wo ist der Händler? Alter. Ja, stopp, wo der Shop steht. Ja, hilf mal, wie ich den finde. Neun, oder? Ja, da, wo der Shop steht. Shop, ja, wie Escape, oder? Und dann auf die Weltkarte. Wie sehe ich? Sieben, oder wo ist... Fuck, wo ist der Shop? Uh, Wasser lassen, Wasser lassen, Wasser lassen. Alter, bin ich zu blöde, Hilfe mal. Alex, wie finde ich den Shop hier? Alter, ich habe so keinen Durchblick. Ja, aber wie kann ich es anzeichnen hier? F9. Hallo? Ja, hi. Keiner hat einen Tipp, oder? Ich habe keine Ahnung gerade. Ich bin so gerade megas überfordert, Leute. Nein, ich muss nicht weg. Nein, nein, nein. Okay. Doch, ich muss weg. Klo, ich komme. Was war das jetzt? Ich glaube, er muss auf Klo. Vermute ich jetzt mal so ganz stark. Wie komme ich zu dem fucking Händler? Ich weiß schon. Alter. Scheiße, jetzt drauf. Wie fahr jetzt auch hier durch? Warum gehen wir so runter? Warum bin ich so weit weg zum Händler? Wieso bin ich so bescheuert gewesen? Können wir das denn wieder umbauen? Nee. Da, Bäckerei Bachmeier. Alter. 50 fucking 1000 Kilometer. Bin komplett falsch. Was haben wir denn noch, Alex? Sorry, Leute, dass ich gerade so komplett bescheuert bin heute. Äh, ich kaufe noch jetzt ein paar Felder. Ein X. Ja, dort 38, 36, 40 irgendwas. Aber jetzt machen wir erstmal ein Feld. Bauerblitz ist auch am Start. Und die Zeit noch? Geil, läuft bei mir, ne? Redix ist hier. Guten Morgen, sagt er. Du kannst mir auch mal. Du hast geschlafen, oder was ist los bei dir? Redixe, wenn du reinkommst, dann kannst du bei uns auch helfen. Du musst aber beim Link diese Südhemmer-Map runterladen. Das sind drei Dateien. Die musst du dann in die Ding verschieben. Ich fahre jetzt auch über das Feld. Scheiß auf. Keine Bock, hier rum. Zu eiern. Gibt es kein Flugzeug? Hubschrauber? Militärhubschrauber? Schön wär's. Ja, geht ein bisschen schneller hier. Aber jetzt kaum kauft man Sachen. Ja, okay, dann wirst du nicht, was das liegt. Nö, Redixe. So, bin ich jetzt beim Shop oder bin ich beim Club? Da, Shop und dann... Alter, diese Bäume, ich seh nix. Hier ist der Shop, oder? Alter, wo ist der Shop? Hier, oder bin ich blöd? Alter, wo ist der fucking Shop? Der ist fast neben dem Hof von Chuck. Ja, ich bin ja hier beim Shop. Julian, wo ist der Shop? Alter, wo ist der Shop? Mensch, Tom. Alter. Da ist doch der Shop, wo ich bin. Da oben ist der Shop. Wo der Korb ist, oder? Ja, ich hab den fucking Shop nicht gefunden. So eine fuckscheiße, he. Der ist jetzt da längs. Hey, wo fährst du, komm zu mir zurück. Halt, ihr müsst runterkommen, sonst helfen am Anfang. Ja, David, ich höre mimimi. Fuck off, ey. Du fährst jetzt da links. Ey, warum ruckelt das immer so die ganze Zeit? Weil ihr hier immer kauft, oder was ist los? Was? Ja, ich hab immer so Aussätze zwischendrin hier. Weil wir alle im Kaufen sind, wie wahnsinnig, okay? Kann das sein? Ja, da vorne fährst du rechts. Nein. Nächste. Und dann immer geradeaus. Ich hab jetzt markiert. Ich hab, äh, ich weiß jetzt wieder. Na gut, dann geh ich wieder nach oben, oder? Also wenn was ist, einfach einen Chat reinsteigen. Ja, ihr könnt ja raufkommen. Dann haben wir hier ein bisschen Kommunikation hier besser. Kommt runter hier, weil... Das ist mir scheißegal, was ihr seid. Ja, wir kommen so circa eine Viertelstunde, kann man dann nicht direkt immer fertig sein. Ja. Wir brauchen Hilfe, Mann. Ich hab jetzt ein Auto gekauft. Die Krone muss ich noch holen, oder? Ja. Und was noch? Keine Ahnung. Ja, Chuck kennt sich hier aus und so. Immer nur ein bisschen helfen. Genau so. Nichts. Fast nichts ist er wie durch. Wir brauchen noch ein bisschen helfen, was wir so kaufen müssen. Mein Volket kennt sich auch nicht so aus, oder irgendwas dann noch hat, ja. Ja, was habt ihr dann überhaupt? Ja, ihr braucht... Komm mal runter hier am Anfang, weil ich verzweifle hier. Ich krieg da echt die Kretze hin. Geh schon mal zu ihm. Ja. Ja, wir haben schon ein paar Sachen gekauft, aber Volket weiß schon ein bisschen, was wir so brauchen, was dann wichtig ist. Wir haben schon einen Traktor gekauft, Sätmaschine und so Sachen. Sonst kenn ich nicht. Kommt da einfach runter. Wir können ja zusammen, ist ja kein Problem dabei. Sonst kennt er keiner mehr aus hier, du. Schweine oben. Ja, da ist noch eine... Kann ich die vorne hinhängen? Diese... diese... Maschine, wo der hängt noch? Kann ich die dazu hängen noch? Na klar, oder? Da läuft die Tosti einfach über mein Ding hier rum. Alter, verpiss dich. Wer hat das Auto hier gekauft, wo das steht? Ich. Wohl den Scheiß. Was ist das noch gekommen? Was brauchen wir denn so? Was ist wichtig? Ja, ich habe die gekauft, um ein Ding zu... Ich... Kann ich das anhängen? Kommt hier zweimal kurz zu, oder? Ja, wie ist es da? Oh Gott. Ruckel, ruckel, ruckel. Aber jetzt merkt man, die FPS ist wieder runtergegangen. Ist das einmal so viel gekauft, oder was liegt das? Oh, Alex, geh doch mal weg. Ich muss hier rum. Ich mach dich kaputt. Ich zerstör dich. Kommt da jetzt mal runter zu eurem Hoch. So was? Zu eurem Hoch. Ihr wart. Ich bin mit dem Shop. Ich muss ja das einkaufen hier. Ich muss das Ding noch nicht... Du kannst jetzt mal nicht dir sagen, was du dir kaufen musst. Wart mal, ich koppel mal ab hier. Ihr müsst euch so anrichten. Das heißt, ihr braucht das Zeug, um das herzustellen, was ihr für die Tiere braucht. Ja, wie die Schweine, wir wollen halt Mais- und Soja-Bohnen anbauen. Was muss man denn machen? Wir brauchen die Einzelkorn-TRC-Technik. Ja, wir haben Krone, wir haben... Was haben wir denn alles jetzt, Wolke? Guck du mal. Müsste eigentlich fast alles zu Hause stehen. Ich hab den Jack umgefahren. Will was? Müsste eigentlich alles zu Hause stehen. Ich komm. Also, Alex, komm. Weißt du, wo der Weg ist? Außer der Koba. Die Sämaschine könnt ihr eigentlich verkaufen, weil die... Äh, oder was ist denn das? Ja, eine Sämaschine vorne. Die rote? Ja, wenn man einen Schweinestall... Sorry, Leute. Mein Bein, du auch immer. Ja? Wenn man einen Schweinestall hat. Ihr könntet die eigentlich verkaufen. Warum? Und könnt euch eine von den Einzelkorn-Zell-Technik holen, weil ihr könnt mit dem auch Sojabohnen und Mais anbauen. Ja, hilf mal ein bisschen. Ich... Ich brauche gar nichts mehr hier. Wiese, warte, ich komm. Hofsiedemerkilung sitzen. Wo ist denn die Merkierung jetzt beim Hofsiedem? Es ist schon schwierig, sich zu orientieren hier noch, weil das ist neu. Ich bin falsch. Ich muss irgendwie da runterkommen. Ja, aber ich fährst jetzt da links runter. Links? Links runter. Wie, hat man einen Beileid, mein Name? Wie, was? Also, die bauen wir... Du musst mir mal helfen, Julian. Ja, bitte. Wenn das möglich wäre. Und bleibst du auf der Straße, wirst du... Ganz unten, wenn du dann links, oder? Nein, nein, du fährst jetzt einfach auf der Straße weiter. Ja, das Problem ohne Map hier, äh, es ist ja ganz rüber jetzt. Besser zu sagen, auch ganz vorne. Ja, ich sehe es, ich habe die Map offen mit 9. Dann fährst du links, fährst du rechts. Und links. Ich habe keine Person überfahren, klassisch tot. Dann rechts. Ja. Wie siehst du da, wie siehst du mich? Auf der großen Karte. Ah, okay. Bleibst du auf der Straße? Wieso habe ich mir das angetan, dass ich so... Alter, das ist Rockschuwidle, ist das, wenn ihr kauft, oder? Alter, das ist der eine. Ich weiß nicht, wer gerade kauft, also wir sind es nicht. Ja, da war's, äh, Ding, David. Und schon wieder. Und schon wieder. Ja, David, kauft gerade große Häckselmaschinen. Äh, nein, ich bin's nicht. Ne? Okay. Warte mal, ich war Chuck, äh, du bleibst auf der Straße, bis du anstehst, also ganz durchfahren. Tom kann sie... Ja, aber ich kenne die Map noch nicht. Ich muss sie erst mal... Ich sehe sie, aber wir sind ganz unten. Total bescheuert. Also bescheuert, ne, ich da war... Zum Händler halt ist bescheuert. Hm, die, äh, die nächste fährst du rechts. Was soll man, ja, was soll man dann... Die nächste, die jetzt hier, ne, die letzte. Ja, die... Kannst aber auch die nächste rüberfahren, ist ja eigentlich nicht. Ähm... Wir wollen ja Mais und Sojabohnen, oder? Oder was soll man dann anbauen, dann? Ja, aber mit der Sämaschine, die ihr jetzt habt, könnt ihr nur Sojabohnen anbauen. Da rechts. Okay, was brauchen wir für eine Sämaschine? Dann sagen wir das, dann verkaufen wir die wieder. Äh, du brauchst die, äh, wenn du im Shop drin wirst? Ja, warte mal, ich komm mal rüber. Ich komm mal rüber. Aber die Krone passt hinten, oder? Zum Aufladen und so. Kontakt zu haben, ja. Was für eine Krone? Ich, ich sehe bei euch die Dinge nicht, weil ich möchte jetzt da... Ja, Krone. Krone haben wir. Den, den Shop, äh, den, den Hänger, meine ich. Zum Danken? Wollen wir danken müssen? Äh, ein Hochdruck-Reiner brauchen wir noch, oder? Wollt ihr alles, könnt ihr alles bei uns. Das ist eine große Map, oder? Da fährst du recht. Ja, jetzt habe ich sie markiert, sehe ich es schon. Ja, wir sind Alex, wir sind auch im letzten Eck hier, meine Lieben, ey. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Warum siehst du mich zu der Polizei? Da steht Polizei. Der ist sicher hier am Essen. Der sitzt hier, der alte Mann. Ey, Alter! So, jetzt musst du mir sagen, Julian, du kannst ja kurz reinkommen und für uns kommen, oder? Nee, geht ja nicht. Doch, würde ich schon gehen, aber da müsste ich wieder Passwort eingeben bei uns. Da ist der Julian. Und da müsste mich, ähm, Jacky wie der Baumanager machen. Also, die Krone haben wir jetzt, diese Traktoren haben wir, die gehen schon zum Flügen, oder? Dieser Traktor, oder? Dieser Stark, was wir jetzt haben hier, oder? Ja, also, die Säermaschine, die rote Kanzel weg haben. Wieso? Weil die nur, weil du mit der nur Säuerbohnen anbauen kannst. Aha, aber da vorne, der, dieser Häcksler hier, oder was, was habe ich denn, dieses Mailmanager? Ja, dir fehlt da noch ein Gerät. Was fehlt mal? Ja, das ist ein Butterfly, da kannst du vorne noch das Einzelding dran bauen. Ja, hilf halt mal. Ja, steig mal aus jetzt. Du magst mich da ganz verrückt. Ja. Also. Komm her, die hier, verkaufst du. Wie mach ich das? P. Ja. Da steht ganz unten, Garage. Ja. Und dann gehst du auf die große Säermaschine, verkaufen. Ja, wo ist die? Terminator, oder? Ja. Ja, verkaufen. Ja, okay. Verkauft, ja. Dann drückst du nochmal auf, äh, also auf zurück. Ja. Gehst auf Einzelkorn-C-Technik. Ja. Irgendwie gehst du ganz nach hinten. Ja. Da ist ein, äh, dieser grüne, oder? Great Plains. Ja, oder die Vederstädt, ist eigentlich egal. Nee, nee, den, den... Die Vederstädt hat halt, ja, Tankvolumen. Mehr? Die Vederstädt hat mehr? Die Tempo L16? Ja. Okay, soll ich die kaufen? Zweimal, oder einmal? Weil es für den Volt gibt. Du musst, musst du wissen, wie oft du die kaufst. Volt gibt, oder? Dann kannst du auch zusammen, ne? Jojo. Kann man da zweimal eingehen direkt, oder geht dir nicht? Nee, zweimal kaufen. Hm? Zweimal kaufen. Einmal? Ja. Kann man, ich hab dich nicht verstanden, ich hab nur... Du kannst dich zweimal kaufen auf einmal, du musst halt zweimal kaufen gehen. Kaufen und nochmal kaufen. Ja, ich ja. Hm? Irgendwer kauft hier die ganze Maschinen, ich seh's hier doch. Ich, ja. Okay, so, dann hab ich gekauft. Und was noch? Ja, dann brauchst... Gehst du oben neben dem Anhänger ist noch so Objekte. Objekte, ja? Dann gehst du auf Big Packs. Ja. Dann kaufst dir Saatgut Big Packs. Saatgut Big Packs. 900 Euro. Und einmal Mineraldünger. Reicht der? Der einmal Saatgut Big Packs 900? Ja, aber du brauchst den... Warte mal. Saatgut Big Packs. Du brauchst Saatgut siebenmal. Ja, das gibt's verschiedene Saatguts. Saatgut Big Packs, äh... LSFM steht da unten. Ne, das Normale. Also Lizard. Lizard? Ja. Dieser grüne, wo ein Haken... Ja. Wie viel? Ich kauf's mal vier. Kann man nicht eingeben, muss immer einzeln. Immer einzeln. Vier Stück? Sind... Nund... Drei Mineraldünger. Okay. Die haben wir gekauft. Und wie viel? Mineraldünger drei. Mineraldünger... Auch vom Lizard? Ja. Mineraldünger Big Packs? Ja. 1.920 Euro kostet, oder? Kalk brauche ich nicht, oder? Ne. Drei Stück von denen. Ja. Einmal. Dann muss man alle holen, oder? Ja, die stehen oben beim Händler, und wenn deine... äh... Ding immer... äh... Deine... Kann man die mit einem Anhänger holen? Ja, aber deine... Hä, wir haben jetzt... Verkaufen die ganze Zeit Schweinefutter. Braucht alles so viel Platz. Ich... Ich hab gekauft. Äh... Ich lad die gerade aus, das sehe ich. Kann man die mit einem Hänger aufhängen? Äh, aufladen? Aufhängen? Ja. Ja, was brauchen wir? Alex, gerade. Okay. Alex, leg... Mach einfach mal alles weg hier, weil es... Was brauchen wir noch? Mähdrescher? Ja, diese Drescher, die ich vorne habe, da. Was soll ich mit dem? Nein, 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 nein. Ja, die brauch... Soll ich den mal ablegen? Brauche ich den? Warte mal, ich probiere. Aber ich kann hier nirgends wo ein Schweineding hinbauen. Ich stelle den mal allein hier ab, oder? Haben wir hier irgendwo Platz? Aber wir haben eben Schweinestall. Warte mal kurz. Holst du alles, oder? Oder soll ich nachher kommen? Nee, schon. Alles. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ähm, das brauchen wir noch. Bestätigen. So, jetzt haben wir ein Schwein. Pass mal auf. Du brauchst nämlich Wasser, Stroh, Mais, Weizen, Gerste, Sojabohnen und Kartoffeln. Was brauche ich? Kartoffeln, Zuckerrüben. Wo siehst du das? Alter, really? Ich habe mir gerade ein Schwein gekauft. Also ich sehe das, was man da braucht. Ach du Scheiße. Du brauchst Stroh, bekommst du aus Weizen und Gerste. Dann brauchst du entweder Sojabohnen, Raps, Sonnenblumen und Kartoffeln und Zuckerrüben. Naja, Dankeschön fürs Abo. Äh, sag mal, ich hilf hier. Pickaxe, Paletten, Ballen. Also, stopp. Dankeschön fürs Abo. Aber ihr habt eh die Schweinefutter-Pickpacks. Dann brauchst du eigentlich so eh nichts ansehen. Rein theoretisch. Ja, ich möchte schon mal ein bisschen umpflügen. Was soll ich anbauen? Was soll das gescheitste? Dankeschön fürs Abo. Dann brauchst du auf alle Fälle Kartoffeln. Also Kartoffeln anbauen? Ja, Wollt geht, hören. Kartoffeln und? Was noch? Wo siehst du das? Wo siehst du das? Ich muss ein bisschen reinkommen. Das Spiel ist so. Du hast einen Schweinestall? Ja, leider. Ja, wenn ich ein Schwein bin. Also im genischen Sternzeichen. Ja? Warte mal, ich muss mal kurz suchen. Da ist ein Trigger angezeichnet. So schwarz-gelb. Ich vermiss dich auch, Schatzi. Fuck me. Wie was? David, bitte. Ich bin eh schon so im fucking Stress. Alter, Digi, bitte. Naja, er ist im Stress, aber vermisst seine Frau. Hilfe mal, Julian. Was brauch ich? Ich verspreide. Digi, David. Ne, warte mal. Wir haben es gleich, Leute. Ich bin gerade da. Mir platzt der Kopf. Das ist echt fucking anstrengend hier. Komm, ich bin ja schon weg. Nein! Kannst schon da bleiben. Alter. Du brauchst unbedingt eine Freundin, David. Jesus Christ, die muss dir so richtig mal deinen Lümmel lutschen. Hey, Alter. Sorry, dass ich es gesagt habe. Lümmel? Was machst du denn jetzt? Wo ist sie denn jetzt? Komm runter, dann. Digi, du Sau. Du brauchst eine Freundin. Was hab ich denn? Komm runter, Julian. Okay, tschüss. Nein. Du hast dein Channel. Channel switched. Buddy joined your Channel. Oh, meine Gott. Was meint ihr, Leute? Ich hab doch nicht so lacht. Sorry, Leute. Sorry, Boyd, Kate. Der ist mir so rausgerutscht. Nein. Also, Julian. Mein Freund. Was brauchen wir? Ich hab keine Ahnung von Alice19, was ich brauche. Alles genau. Ja. Und ich tu mir grad fucking schwer. Deswegen frage ich ja den Julian. Und der Chuck soll man seinen Arsch hierher bewegen. Äh, warte mal. Äh, was machen wir auch in der Ballmaster hier? Ja? Brauchen wir mal ein bisschen Hilfe hier bei mir. Das wäre besser, wenn wir zusammen... Ich hab hier einfach zu wenig Planen, ja? Ich hock gleich mal durch. Hab's gleich. Ich brauch, ähm... Was soll man ansehen? Wir brauchen ja Schweine, oder? Haben wir doch schon eins. Ja, ein Schwein haben wir? Ey. Hast du ein Schwein gekauft, ja? Keine Ahnung. Die letzte Zeit, Leute, das Wetter... Ähm... Wie soll ich das am besten beschreiben? Fuck you? Mai? Scheiße. Der ganze fucking Mai war scheiße. Zwischendrin mal. Juni bis jetzt eigentlich so... Zwischendrin, da wo mein Schatzi da war, halbwegs. Und so ein Scheißes. Das Wasser ist einen halben Meter wieder gestiegen. Baaah, was kommt da rumgeschossen? Und Chuck, du willst mich nicht umbringen, oder? Äh, vielleicht. Was brauchen wir jetzt? Hilf mir mal ein bisschen. Ich hab grad... Ich bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da. Alter, fuck. Wir haben diese Krone. Was hat denn Weikel für den Traktor? Was hast denn du für einen gekauft? So einen kleinen Scheißer. Das ist ein Starke. Ein Fan hat er gekauft. Ähm... Dein Lenkertöpfen. Wo hast du deinen schwarzen, großen Umgraber hier? Den haben wir nur einen hier. Oh, was? Den Kronehammer zum Aufladen. Ich hab den New Holland. Eidschweinhammer, ist er schon drin? Wo ist es denn? Keine Ahnung, ob wir eins... Dein Lenkert nervt, Julian? Ja, ich kann's nicht ändern, sorry. Ja, mit Tastatur spielen. Ja, genau. Jetzt hab ich mir einen Lenker gekauft und spielen mit Tastatur. Ja, also Eier, genau. Ähm... Wo ist das Schwein? Das ist doch kein Schwein hier. Wo hast du das versteckt? Chuck! Ich brauch deine Hilfe, verdammte Scheiße, nochmal. Komm ja! Ich brauch meine Eier. Jawohl, also... Also, was machen wir? Helfen wir mal. So. Wie kann ich diese Markierung wieder wegmachen? So. Du hast noch zwei Maisdrillen. So, dann brauchst du noch... Ich komme mir so ungeholfen vor, meine Lieben. Ich... Ich kauf dir jetzt mal das Zeug. Komm vom Bodensee, ja, Förster? Der deutsche Förster! Hilf du mir mal, Chuck, bitte. Bitte, 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 bitte. So, das Frontmähwerk brauchst du noch. Ja? So, das hast du. So. Aber Mähwerk, 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 ja. Du kennst dich besser aus, du spielst schon länger nicht. Mähwerk, halt mal. Gras. Brauchst du Gras? Nee, Gras braucht auch nicht mehr. Außer ich will noch Schafe machen, der Tom. Da brauchst du noch Gras. Auf was sollen wir uns mehr konzentrieren? Eher so, was soll man so anbauen? So, das kaufe ich dir jetzt, das Zeug. Okay. Und dann muss ich es holen? Ja. Wieder rüberfahren und holen. Whitekit, ich brauche deine Hilfe. Ich mache alles, ich mache alles. Super, Whitekit, danke schön, Whitekit. Ich tue gerade auch Schweine vor Down zu alles draufladen. Ja. So, dann brauchst du ja die Triller. Ja. Reicht der Traktor, wo ich habe hier zum, so, der ist so lange stark genug. Wir haben hier zwei von denen, ja. Wo siehst du das, Chuck? Brauchst du eine Triller oder zwei Triller? Was sind die Trillen nochmal? Für Weizengäste. Ja, das ist halt der Whitekit zusammen, dass wir halt das zusammen machen können, oder? Ja, also zweimal. Mhm, zweimal. So. Chuck, ich hatte mal eine Frage. Ja. Willst du wirklich Baumwolle machen? Ja. Chuck liebt Baumwolle. Einmal. Woher kommst du, Förster? Herr Förster. Wo vom Boden sind? Kenn ich dich? Kennst du mich? Der Gruppe hat er, die Sähmaschine hat er, der Triller hat er, Weisleger, das, das, das. Okay, Kühlefass und Miststreuer brauchst du noch nicht. Okay. So, Wasserfass brauchst du? Äh, Julian? Ja. Wasserfass haben wir auch noch eins, gell? Doch. Aber Schatz. Den großen Aufliegen, oder? Oder? Äh, Leute, ich glaube, alles ist ein Lull. Willst du immer scharfen Marathon? Tom? 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 Die steht im Weg. Alex, holst du mal euer Zeug runter? Ich mach grad schon was. Mach's gleich. Was für Zeug ist das? Was für Zeug ist das? Am- äh, Am- äh, Am- Wok-Geräte. So. Zwei Amazon-Triller, Frontmähwerk, Wasserfass. Ich kann wundern, dass das Mikro gut mutet. die Europäer plead ist. Und... ... ... ... so jetzt ja sound ist da hat es also aufgehangen ich kann nichts machen ich komme auch nicht mehr aus dem spiel raus so jetzt ich hab mich wieder das ist fucking scheiße ich glaube ich hört mich noch aber das bild ist nicht da das ist deswegen ist deaktivieren muss und wieder aktivieren muss ob der kleine schweine stark gekauft nein ja ich kann nichts machen wenn du hörst mich nicht mehr nein ich muss er mal rausgehen ich habe gerade ein kleines problem ich weiß nicht haben was es liegt das muss am spiel liegen weil das passiert eigentlich nur bei dem spiel und dann hängt es mir eigentlich alles auf irgendwie und dann ich konnte eigentlich nichts mehr tun ich konnte keine tasse bewegen ich konnte nur noch ich konnte nur noch dieses hört mich wieder ich konnte nur noch dieses nur raus stecken das war die einzige option deswegen ist die kamera zu scheiße die stelle ich jetzt gerade ein ja auch schlag habe ich das problem ist nennen wir es mal pech so jetzt ist kurz dunkel weil ich nämlich einstelle nicht wundern das muss man so machen weil sich die kamera verstellt im menü das ist einfach so warum weiß ich bis heute noch nicht ist leider so mit dem muss man so jetzt bin ich wieder schon braun dann die hintere kamera hat sich auch aufgehangen das ist ein problem wo ich rausfinden muss warum und ich vermute mal ich vermute mal ich vermute mal der usb hinten beim c ich probiere mal neu zu konfigurieren der neuen treiber rein zu hauen dann geht es wieder so liegt nur im spiel ich habe seine bewegung macht ich habe keine taste gedrückt könnte auch dem charcon hier liegen an der tastatur ich weiß es noch nicht genau das ist nicht immer das ist eigentlich meistens nur bei dem game und warum das so ist kann sie auch nicht ändern ich verstehe das nicht dürfte eigentlich gar nicht passieren connected sorry dg ich konnte nichts mehr tun tom wäre schweinestall wolltet ihr den kleinen oder großen wir haben den großen schweinestall oder und haben wir den kleinen ja warte tauschen schnell so brauchen wir den großen eben kleine kriegst du 100 schwein nach einem große kriegst du 250 brauchen wir das du willst ja was jetzt ja oder nein wie ihr wollt wie ihr euch größer wollt auf jeden fall habe ich euch noch die schafe hinpackt ja also mehr geld verdient ja weil der david kriegt mehr geld weil er hat mich noch verkauft dann habe ich jetzt euch noch die schafe hin platziert da braucht ihr bloß wasser und gras oder heu okay ich hab euch mal die ganze heu geschichte kauft als sprich wenn dann schwadern da könnt ihr euch dann immer noch entscheiden wie ihr da wart so ja mach mal sorry ich konnte nichts machen mir hat es alles aufgehangen ich konnte nur noch usb ausstecken ich habe da irgendeinen fehler beim pc ich muss noch mal gucken wie im treiber wasserfasser bei euch kauft bei allen habe ich euch kauft okay gut jetzt fällt euch bloß noch ein drescher genau was willst du für einen ja im guten halt oh ich habe keinen ton beim beim spiel kann das sein leute chuckbomber ja was 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 ich habe keinen ton im sound ich muss noch mal rausgehen ja willst du den von gestern die haben guten halt ja davon gestern meine ich wurde gestern gehabt dass den holen der gelbe ja 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 wir stellen schon sautgut her alles klar ja sorry leute das ist jetzt gerade ein bisschen ich gehe jetzt noch ich komme noch mal rein leute ja was nicht wundern kurz ja ähm ich habe keinen sound ich bin weggelaufen von dir chuck und dann lauft er einfach nur in die richtung ich kann gar nichts mehr tun oder hat sich eigentlich alles die dass du aufgehangen ich konnte auch nicht raus mit alte vier das sind nix ich konnte nur noch usb ausstecken wieder ein und dann was wieder damit dass du so und dann konnte wieder bewegen ganz komisch ich komme rein ja ja so ihr müsst jetzt mal eure maschine unterholen ja ich komme gleich weit geht ich holte ich helfe die klein weil kann dich direkt zum shop rüberschein nee muss schlepper mitnehmen was schlepper mitnehmen was meinst du mit der maschine also mein traktor oder ja ah voltkit hat eh schon das saatgut hergebracht sehr gut euch fehlt jetzt bloß noch fürs erste erstmal ein treasure ok so du ich will auch spiel es müsste es gehen kommt kurz schwarz bild und dann bin ich wieder drin so ja ok läuft dankeschön dass sie dabei sein chuck was noch mal bitte immer kurz unterholen schlepper ja mein traktor ja ja und dann fehlt euch bloß noch der treasure der treasure oder holen beim shop ja da kann ich nicht kaufen weil der shop voll ist alles kein platz mehr dort ist da muss ich schnell holen direkt rum komme ich muss immer rüberfahren ja das ist ein bisschen belastende weil man ich mag hier mal kann ich immer nur so markieren dass ich beim shop so und dann markierung setzen ja ok ich will mal kurz unser zeug weil da steht alles sehr voll ja es geht gerade zu wenig ihren anstalt wie wien voll alligierig hier ich will kaufen könnte eigentlich über das feld auffahren oder ist eigentlich scheißegal oder ruf zerstörungen ja nein ich auch nicht wundern leute dass es juni mit seinen speziallenk hat ich mich wieder achi also alles was am shop steht gehört euch ok ok ich höre es mir in ein paar sachen nicht alles gehört ihnen alter wenn dort 20 leute drinnen wären nee dann ja gut wenn jeder seine sachen hat dann ist er aber es ist jetzt nur der anfang das ist katastrophe diese ruckerei wenn man immer kauft hat eure vereinen und flipp und tot man muss wieder so weit fahren aber das ist halt leider so er wollte geht dann machen wir heute noch ein bisschen was heute ein bisschen länger heute ich kann nicht früher ich brauche mein angeln ich 3 ja ist ja was mit dem ist zu leben ist unser wasser anhänger ja ja alles was ihr anhängen könnt gehört euch und da haben wir dann alles dann brauchen wir nichts mehr oder derweil ja dann habt ihr fürs erste erstmal alles und was sollen wir ansäen oder was sollen wir anbauen äh getreide brauchst du du kannst zwar eigentlich was du mit deinen sähmaschinen anbauen kannst kannst du fast alles anbauen hallo kauf dir ja alex hallo alex da kommt david ähm ja was jetzt getreide was soll man kommt sonst näher von bregens ja läuft äh diese große mädling auch holen ne ne die gelbe oder die andere sind von euch oder äh die rangen und die gelb boden die rote gelbe ist unsere da stehen zwei echt und was noch die beiden ok scheiße muss ich alle holen die ganze zeit alles was hier steht ja der ist vorne gehört vorne noch was anhängen ne kann ich vorne was anhängen nix oder chuck oder ne doch wo was das märwerk das märwerk noch vorne anhängen ja ja von der anderen seite ja andere seite scheiß schiebste raus komm jawohl dankeschön sauber läuft das baust du auf jeden fall alles und dann noch ein treasure und dann habt ihr alles da könnt ihr vom restlichen geld könnt ihr euch noch ein paar Felder kaufen und ein wenig Vieh aber Vieh würde ich noch warten bis ihr ein wenig auf Lager habt ja wo kann man sich überhaupt Vieh kaufen beim Viehänder ne beim Stall oder beim Stall also was brauchen wir noch das Saatgut wo da steht nicht oder oder doch kannst du ja probieren wenn du eher drückst den grünen auch kaufen den grünen auch mitnehmen den gelten hier den gelb-rot noch und welchen noch alles was hier steht eigentlich fast alles echt ist alles was im Kauf hier geht es zu wenig irrenanstanden im Verkaufsshop halt er hat die Kohle rausgehauen ist das euer-drescher hier der gelbe ich glaube ja extreme Chaos ja hier geht es gerade zu weil wir neu anfangen das Problem eigentlich aber die FPS geht das auch wieder zurück warum geht die FPS so runter und was liegt das aber zuviel kaufen oder wie ja und dann ist schon damit zu haben machen wir hier wieder den Server dicht das noch und alles wieder nur FS-Verlust sind oder wie siehst du das dein lenker darf doch gar nicht so tun bitte schmeißt den scheiß weg ich weiß es nicht meinst du da auch wenn ich richtig rennen denkst du so hart rein es geht nur so leicht das ist ein klumpes oder lautes aber irgendwas hast du falsch ich muss ja ich bei dir mal reinkommen die hast du ja als eingestellt oder ich habe alles eingestellt was im lenker das ist und was ist es welches geiler namen ich mag jetzt nicht aufstehen doch kann ich dir sagen logitech formula force rx okay ach du scheiße ich bin bis zum ende der wahl ich dreh durch ich bin bis zum ende von der straße gefahren ich dachte so lässig ich war von unten der scheiß es kann auch nicht wahr sein leute bei mir läuft so scheiße gerade hier ist wieder so eine fucking tafel im weg ach komm noch mal neue fahrzeuge ich drehe hier gleich am durch hier jetzt hänge ich diesen fuck ja leute ich hänge gerade in diesem fucking schild was mache ich abkoppeln die drille hinter und dort beim schild ein stück war dahinter dran mal dagegen bumsen ich schiebe die scheiße weg hier hier auf dem weg david mit der kauf sich so zu tun glaube ich hört sagt jan lacht ja ich schwöre leute was für eine scheiße hier alter ja ich wusste es nicht ich kenne diese fucking man könnte auch eigentlich nur und fucking der es kommen david als wir reinschreiben die ganze zeit bei dem läuft doch manchmal was verkehrt ich weiß auch nicht mehr genau ich weiß nicht mehr wo ich bin leute ohne scheiß hier runter raus und dann markiert das sonst drehe ich im rad leute ne das kann ich nicht sein dass ich jetzt hier noch angehen können ich bin ab vergessen rechts ab zu biegen die brücke muss ich ja ich bin bis zum ende von der straße gefahren so geil wollte geht und die anderen und jack und also wenn ich das alleine spiele hätte ich bis jetzt schon aufgegeben weil ich mir denke das ist also gut man muss ja auch wirklich aber wenn man alles einkaufen muss bis man das mal hat leute ja sind fucking zwei stunden vergangen was sollen wir sagen wir als lohnunternehmen müssen alles haben ja 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 wir wollen auch ein bisschen arbeiten all das ruckelt schon wieder bei david sich dumm und deppert verkauft ich weiß nicht mehr da heute geholt sie die einen sachen ja da steht polizei da kriegt meine angst hier ich meine wir haben ja ein geiles eck hier aber halt weit unten ne und da machen wir hier kleinen feld vorne hier 38 oder so oder mhm 38 haben wir schon so wenn ihr wollt könnt ihr noch mehr felder kaufen ihr habt jetzt alles ja jetzt möchte ich dich ja ich würde dann gerne die erste ernte einschlagen mach das nur ne ja da wollte ich hilfst mir eh ein hochdruck rein gefilter oder so wie ich das gesehen habe ja fürs waschen ja 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 ich kaufe wo willst du den stehen haben? ja da bei uns am Hof. ja aber wo genau? ja da wo der Traktor steht, vorne hier bei der Wiese. ich schau nicht, dass es so leise wie möglich geht. da weißt du, guck mal bei mir in steam oder vor dem Haus hier oder so egal oder hier weißt du, hier kann man schön waschen hier weißt du, hier bei der Wiese. wo der Traktor steht. der blaue? na da, da, hier, da. hast du schon gekauft den Hof. du musst dich hier hin platzieren. ja mach ich was. was haben wir denn hier angekommen? hol mal du die andere scheiße und dann mache ich das. ich helfe dir gleich. 13. erste. sag mal hier. ähm. wo ist der Hochdruckreinigung? ähm. wo ist denn der? platzierbaren. oh. wie platzierbaren? Alter, hier gibt es Sachen, du bist ja blöde. ne, du kannst nochmal eins weiter. oben. wie? objekte? ja. wo objekte ist aber nix. ballen, ballen, balletten und big bags. nochmal eins weiter. diverse? diverses. ah der. oder tun wir hier bei der wiese hin, oder? vorne hier, oder? ja. alter, man kann kommen, da schlagt alles auseinander hier. was braucht man sonst noch nix, oder? dekretion. hä? huch! also ich wäre mit meinem traktor fast, der ist gefahren, ich bin mit meinem traktor fast ins wasser rein. was? hier? was ist das? keine ahnung. ah ne, licht wollte ich jetzt nicht einschollen. äh. hä? du bist schon wieder da? ah, chuck bringt mir auch das zeug, er weh? ja, fress schon mal. oh, du bist der beste, hey. dankeschön. was muss ich noch holen, beim shop? viel. hä? viel? viel? ja. wo fährst du am besten hier zum shop? und hier? hoch, oder? dann rechts? ja. bei der polizei vorbei oder geradeaus? bei 36 vorbei geht auch, oder? ram bam bam bam. aber ich werde jetzt noch arbeiten. nur kaufen. also meine route ist die kürzeste. und welche ist die? weil ich immer über die erste brücke die mir entgegenkommt. und dann über dieses fabrikgeländetisch. ja, ich fahr hier rechts und dann hier nochmal rechts. da kommt hier eine brücke dann. wer ist noch alles hier meine lebe? halt bisschen ruhig, aber ich habe halt später angefangen. warum nicht chuck? ich meine, ich kann es ja nicht ändern. mhm. ist halt so. so, wo ist der shop? wo ist der shop wieder auf die fucking karte zu gucken ja das nervt nämlich wie megas gerade bei mir meinte das läuft hier besser oder wenn wir so viel kaufen dass es wieder anfängt zu lecken jetzt bei 15 rauf oder rechts ich warte auf dich Tom ja wenn ich wüsste wohin ich sehe schon ich habe ja hier nach links da wo der einkaufswagen ist hier jetzt geradeaus und dann nächste straße rechts alter die kirche leute gefahren jetzt gerissen und dann kommst du an so was den scheiß brauchen wir noch mitnehmen dankeschön jack ist bringen diesen großen roten wir sind das für eine der ist nicht unsere diesen gelben noch mitnehmen hier gelb rot oder er geht nur den wo wir kaufen andere kann ich nicht anhängen oder ich habe das ding auch zu sehen aufgekloppt ok hh ist aufgekloppt außer sehen was brauchen wir noch das letzte warum brauchen wir eigentlich so viel grün roter hänger noch vor dir ja einen hänger haben wir ja hallo chuck moin moin alter julian der kufel drum die oder geht ab mit seinem lenker die du hast gekauft was gekauft amazon wo hast du es gekauft amazon ach deine beschissene hupe achim ist wieder da das ist so wunderbar trallali trallalo und trallala er verdreht zurück geht ich gucke auf den chat so ja da fährst du durch so machst du das sehr gut was daneben gefahren weil ich nach hinten geguckt habe ja ich bin schon hinter dir kommen weil ich möchte jetzt noch ein feld noch bearbeiten verarbeiten achim wie geht es seine frau dann die fahrt sowas hat die frau krank was los achim frau wie eigentlich schützen ja wo ich gebröselt hier um die kurve jeder breitgat die luft die hinten hinten rauch aus handy hoch ich habe urlaub ja ich habe auch frei ja also frei das ist frei das ist arbeit heute auch schon gearbeitet draußen hier vor der hütte gemalt also muss ich noch schicken die fotos ist schön geworden andrazit farbe habe ich gemalt leute grau andrazit morgen an die fenster leiten noch diese scharniere alles noch mal neu raufmann auf den neuen laden und dann muss ich die auch malen und dann geht's am abend geht's zum angeln was sind das für eine melding hier geil ich stehe mal hier eine wiese oder alex klar so was brauchen wir noch ich stelle euch alles auf die straße was ich noch viel was fällt noch was haben wir hier für drei sachen sind noch hier von euch ok schon mal holen ja waschmann den scheiß hier cooler gefällt dir denn erfahrt du vor du hast die abkürzung schon du weißt du der wort geht was mir die straße als wie ich kann mich gut merken ok vor nach zehn versuchen ist jetzt der voll ernte auch mal drauf auf einem tieflader durch die polizei durch aber voll klasse ja zu hoch ist wasser geworden das ist so viel geregnet meine lieben das ist einfach zu viel ist ich muss mir jetzt nachher dann mal klein mal irgendwas leckeres holen ich weiß noch nicht was habe ich noch ein eister ja zwei stück habe ich noch pricke habe ich noch gegessen ich glaube ein jolly und ein solero habe ich noch vier sachen wie viel vier sachen vier was alles ist das äh alles zu mir hinter dran hängen alles mehr hänger alter das mit dem lenker müssen wir was machen der dritte zwei hänger und ein kubber ok sonst muss ich halt immer so zwischendrin mal mal halt poste teig oder sowas julian das wäre ja eine lösung wir machen lecker von poste tank oder von einer kannst du reden und dann kannst du so ich bin wieder da euer nerviger julian im lenkrad das sind ja genau ja machst du das besser ja ist ja jetzt kein weltuntergang oder so aber es ist halt wenn man dann redet ist ja nicht so laut ist noch dann genau das meiste wie das abgeben an lenker formel 1 oder so geht besser bis formel 1 auto selber ja jolly ist lecker ja jolly ist lecker ich glaube ich habe mir entschuldigt habe ich das doch muss gucken so leere oder ich gucke gleich ich friss gleich hier von das immer da stehe was diese großen teile noch ja scheiße nochmals ein dass wir haben und mal an ja pulse mich mal an alex mal an alex Jetzt habe ich wieder so ein breites Teil, da hänge ich schon an der Tafel. Und ich hänge, sauber, gut angefangen, super, gut gemacht. Die Straßen sind einfach zu eng für das Teil. Das stimmt. Scheiße, Leute, so eng. Der Fürst, der kommt aus Radlberg. Soll ich dann gleich rechts fahren hier, zum Hof? Nein, nein, nein. Einfach geradeaus. Okay. In der Straße entlang? Jo. Was für ein Blöder mit der Tastatur. Am besten in der Mitte. Ja, eben, wenn ich gerade in der Gegend komme, dann haben wir einen Bruder. Vor allem dort bei der Brückeneinfahrt. Ja. Oha, komm! Oh, nee, shit! Das kann ja nicht sein! Alter! Das Ding ist so fett, Leute! Shit, hey! Guck mal, wie breit das ist! What? Alex, komm! Jetzt rechts. Ja. Na, jetzt oder nicht? Die nächste. Ja, nächste. Da, ne? Da, ne? Scheiße! Guck mal, Leute! Wie... Ah, komm ich hier durch? Ja, bin auch durchgepasst. Hab auch durchgepasst. Und boing! Ja, scheiße! Bin auch durchgepasst! Ja, bin auch durchgepasst! Und boing! Ne, warte, 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 ich muss noch ein bisschen lenken. Moin! Kongo-Trommel! Ja, moin! Zack, die sind so breit, wir kommen nicht durch die Straßen. Warte, 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 warte. Ja, Gott, Kinder! Haltei! Bigger, Größer,eler Dicker. Mehr geht nicht mehr. Und wenn ich jetzt an der Brücke hänge, da habe ich ein Problem! Nee, die Brücke ist breit genug. Und die Straßen hier sind auch breit genug? Ja, hier ist breit, ja? Ja, ist gut. Moin moin, Kongo-Trommel. Das nenne ich meinen Namen. Alter, du machst mich ganz nervös. Alter! Geradeaus oder links? Links. Der hängt mir auf den Arsch. Alter, hier ist es eng, ne? Das sagst du aber. Was, so dehnbar heute? Na voll, eng ist ein dehnbarer Begriff. Da muss ich aufpassen. Dass ich hier nicht... Oh, ist das schön. Genau das meinte ich. Mist. Wen drin. Warum liegt hier der Stapler auf der Seite? Wir haben ihn umgeschmissen. Denn haben wir oben gebumst. Warum? Ja, das stand im Weg, haben wir einfach oben gebumst. Mink, mink. Jack, ich bräuchte jetzt nochmal langsam wieder deine Hilfe. Ja, dann können wir... Was brauchen wir noch? Ich geh jetzt langsam ins Bett. Glaub ich, das war alles. Haben wir alles? Warum? Müsst'n du aufstehen? Nein, heim da nicht. Was fehlt noch? Der Wendor und der Triller. Dann holen wir noch, oder? Zum Katzen, ne? Und die Big Packs. Die Big Packs. Wir müssen da nochmal ein bisschen aufräumen. Ich geh jetzt kurz mein Eis holen. Ich hab Bock drauf. Könnt ihr morgen auch noch machen? Aber jetzt holen wir noch den Scheiß hier alles. Jack, ich muss morgen früh raus, oder heute früh raus, oder was? Ja. Wann? Fünf, halb sechs. Das ist schon zwei. Macht nix. Mir reichen drei Stunden Schlaf. Eigentlich. Also, die reichen mir nicht und ich bin jetzt... wäre heuer neunzehn, also. So, mein Lieben. Ja, Alex, holst du den einen noch? Warte, ich helfe dir gleich. Ja, gut, ich muss auch was sagen. Ich hab jetzt Spätschicht. Da kann ich bis um halb eins zu eins schlafen, also. Na, ich hab eigentlich Urlaub. Man kann's mir eigentlich selber hinterher, was ich zu tun machen. Oder was ich zu tun mache, was ich zu tun habe. Oder was ich zu tun habe. Sieben Tage bin ich endlich aus der Schule. Ist irgendwie ein Glücksgesund. Ja, wer hat das jetzt? Sieben Tage. Weißt du, bist schon 15. Nie mehr Schule. Keine Schule mehr. Hm? Wie heißt es? Wer weiß es? Und bis 17? Ja, klar. Logisch. Hä? Wie kann ich jetzt die Scheiße noch mal zeigen? Ich kann mir jetzt... Ich kann mich mit meinen Tasten nicht mehr aus. Nicht vergessen. Mit Ausrufezeichen... Dockerns könnt ihr doch ganz abrufen. Mit Ausrufezeichen... Flip, abstand eine Zahl. Könnt ihr flippen, gewinnen oder verlieren. Es ist einfach nur so ein Spiel. Wie es Dani macht, mein Schatzi, ne? Hab Abi gemacht. Sauber. Entschuldigung. So. Hm? Was, Chuck? Müde? Ja. Kannst du mir vielleicht dann den Trescher abfahren oder so, ganz kurz noch? Ja, heute geht das Merz und machen wir noch. Bearbeiten wir noch eine Wiese. Oh gut. Was, na Tom, du hilfst mir noch bis... Oder ihr helft mir noch ein bisschen. Hm. Kann man schon machen. Ja. Weil ich hätte jetzt zwei Ernte hier am Laufen. Sollen wir eine kleine Wiese... Sollen wir eine kleine Ding machen? Beste Eis Jolly. Ja. Es gibt was. Ja, ist nicht schlecht. Ja, Wolkett holt noch... So muss auch ins Bett, Wolkett. Nee, aber ich bin ein bisschen müde. Hm, ein Koch? Hm. Ja, man muss ja nicht fertig machen. Wir können aber zum Anfang... Welches Feld wollen wir eigentlich bearbeiten? Also wir müssen es erst mal umgraben, oder? Mit welchem mache ich das? Mit einem schwarzen. Mit einem schwarzen Großen? Ja. Habt ihr die letzten zwei Sachen geholt, die auf der Straße standen? Der Wolkett holt die noch? Ja. Und dann... Hm? Der Wolkett holt die. Ich weiß nicht, ich bin weg. Muten, Diggi. Wieso kann ich den jetzt nicht anhängen? Was ist denn los hier? Ach so, ich bin ja komplett schief. Welches Feld haben wir heute? Hast du da schon eins gekauft? Äh, hast du das Passwort wieder raus gemacht, oder ist es immer noch das Gleiche? Wir haben 38. Wir haben 38. Ich hab gar keins eingegeben. Ich hab gar keins eingegeben. Weil ich jetzt mal zum Feld bin. Ah ja gut, da brauchst du mal nicht keins. So, aber ich verpisse mich jetzt, denn mir fällt gleich die Augen zu. Na ja, mach. Na ja. Wie fällt mein Fuß ab? Die fällt dein Fuß ab? Die fällt dein Fuß ab? Ja. Ja. Wenn sie die Fruchtarten, die sie brauchen, für jedes ein Feld haben, von Anfang reicht's. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. 38 ist sie. Ich hab dann eh schon mal Geld verdienen, bevor sie Schweine kaufen, dann richtig. Ja. Also 38 ist sie das Feld hier, oder? Das kann ich einfach nur umfügen, oder? Also umkömmen, oder? Mach ich das mal. Weitgeholt das Ding noch, und dann kann er noch kurz, und dann können wir morgen weitermachen, Weitgeholt. Hm. Na gut. Umkaber oder abeinander. Ja, was ist das? Das ist ja nichts. Ihr braucht doch Kartoffeln, oder? Das sieht man aus wie Raps, oder was? Was soll man dann? Meinst du? Ja. Äh, Chucky, ähm, Tom braucht doch Kartoffeln auch, oder? Naja. Tom für seine Schweine. Ja. Weil ich, wir haben ein Kartoffelfeld, das ernte ich jetzt gerade. Ja. Ja. Normalerweise, wenn ich das zu denen hin kippe, normalerweise müssten die das aufnehmen können, oder? Wieso hat sie es gelöscht? Ich habe es freigegeben, Kongo-Trommel. Hä? Was? Wieso? Habt ihr den Farm-Trick gemacht, Kongo-Trommel? Nee, ich habe das jetzt freigegeben und der Nightboard hat es irgendwie, sorry, das ist aber keiner, finde das Prinzip, weil du kacke geschrieben hast, wie ist die Map gut hören. Ähm, er hat geschrieben, der Kongo-Trommel findet das Prinzip von Alice 19 kacke, also sich alles zu erfahren und dauert, halt gefühlte Jahre, ja. Alla, ich wünsche euch was. Ja? Guten Nacht. Geh mal ausschlafen, Digi. Ja, ja. Heute letzter Tag. Da habe ich drei Tage frei. Ah, ich habe Freitag auch Urlaub. Ja, aber ich bin noch Freitagabend nicht da. Bitch. Bin auch schon Sonntagabend da. Ich komme mit dem Traktor gar nicht vorwärts mit dem Ding hinten, oder? Kann das sein? Wie geht? Kann schon gut möglich sein. Hm? Kann schon gut möglich sein. Es geht eigentlich schon, aber da muss ich was machen. Mit dem riesen Teil, dann brauche ich einen anderen Traktor, oder? Na, es geht einem. Hast du den schwarzen? Nee, den blauen. Okay. Ich grabe mal das Feld 38 um. Ja, weil es ein bisschen hoch geht, vielleicht. Also muss ich mir einen anderen Traktor nehmen, ne? Oder ein Gewicht voller an. Genau. Vielleicht ein Gewicht voller an. Habt ihr den Fahntrick gemacht? Was ist der Fahntrick? Julian, muten, Diggi. Ach so, gehst du. Da geht's, wenn es ein bisschen rauf geht, dann spule ich durch. Alles okay. Vielleicht da eine Reifen drauf. Ich hab ja gesagt, ich soll die nehmen. Ich wollte eigentlich auch andere machen, aber... Ja, warte mal, ich muss mein Eis essen. Ich hab heute den ganzen Tag nichts gescheitzt getissen. Also, ne, ne, ne. Haben wir Reifen drauf? Hm? Ja, da werd ich jetzt schon klarkommen, warte mal. Weil da wär geil, dass wir noch ein bisschen was sehen hier schnell. Aber was soll man denn? Kartoffeln? Kartoffeln mach ich grad, kann ich euch da vorbeibringen. Mhm. Was soll mir? Soja, was machen wir denn? Was braucht man denn, Julian? Was dann für die Schweine? Ja, da halt der Map möchte ich halt ein 38. Was soll ich da dann reinhauen? Ähm... Schweine? Ne, ähm... Getreide? Getreide? Ja, was? Gerste, Weizen? Gerste, Weizen? Ja. Weizen? Gerste, Gerste, Gerste. Ne, packts gut hier, das passt schon so. Ja, was haben wir hier, Weizen oder Reinhauen oder Gerste? Das ist egal, Weizen, Gerste, nämlich alles. Okay. Wie meinte er, komm nochmal, weil man zum Beispiel zu zwei ist, dann ist es so macht, dass er eine Farm kauft, das alles von der Bank abruft und das Geld auf der festen Farm er weiß, so kann man monatlich Geld generieren. Ach, wir können aber auch Geld generieren. Gell, Julian? Ja. Wir cheaten diese Scheiße weg, ihr. Warum ihr könnt euch auch den Kredit aufnehmen? Ja, wenn es hochgeht, habe ich ein Problem. Da packt er nicht mehr, nur da muss ich ein bisschen hoch, bisschen runter setzen. Wollt geht, noch da? Ja. 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 Ja, was soll man anbauen? Kannst du dann auch bringen hier zum Säen. Kannst du ja säen, wenn du willst, noch kurz. Ich kann mich gerade ins Bett legen. Was sollst du? Ich kann mich gerade ins Bett legen. Jawohl, dann haue ich hier ins Bett. Können wir morgen nochmal, ne? Rein kannst du ja am Tag auch, ne? Dann schlafen wir schön und wir hören uns, ja? Danke fürs helfen, ne? Mhm. Danke und gute Nacht. Ja, gute Nacht und wir hören uns, ja? Kommst du dann wieder rein, dann kannst du ja helfen dann hier. Kannst du ja auch anbauen, was man so willst hier, ne? Ja. Ja, ich werde jetzt noch gestern, das ist ja nicht so groß, sonst kannst du ja mal helfen, oder so schnell so. Ja, man kann... Hey, hier kommt Alex, er ist weg und legt sich fett ins Bett. Yeah, yeah. Schatz hier noch da, Dani noch da, wer ist noch alles hier, mein Lieben voll. 8 Leute noch da? Läuft bei euch, ne? Ich wusste es seit Nachtmenschen, deswegen habe ich jetzt zu spät gesehen, ne? Ja. Nochmal gute Nacht an alle, an Dani, an alle, wer da ist und wünsche ich noch einen schönen Abend. Ja? Ja, ich auch. Ja, tschüss. Shit, hier. Shit, hier. Ich muss irgendwas mit dem Traktor machen, der packt das nicht ganz, was soll ich machen? Nur? Idee? Äh, puh. Andere Reifen auf? Nee. Oder die mit dem Bretten? Ich bin da. David ist noch da. Wo bist du? Bist du noch dran, Alice 19? Mega Junge, er ist ein Reutkid, aber er ist lieb. Der ist 13. Das passt schon. Ich bin 48. Könnte sein Papa sein. Ich kämpfe auch noch im Forst, ja? Bist du auch ein Alice 19 drin? Hast du? Julian, was meinst du, wenn ich dann gehe, muss ich zum Saatgut gehen, oder? Was ich weiß, und dann das auswählen, oder? Ja, genau. Dieter, Tommi! Hallo, David, wo bist du? Ich bin die ganze Zeit schon da gewesen, ich war bloß in einem anderen Raum. David, was soll ich machen, wegen dem, der Traktor, wenn's hochgeht, nicht backt, von dem Gewicht oder einen anderen Traktor? Ja, ein anderes Gewicht, wenn's denn trotzdem nicht geht. Ich hab' kein Gewicht vorne. Ja, dann hängt ein Gewicht an. Jawohl, ich hab' aber keins, muss ich zum Händler fahren. Der muss sie kaufen. Ach, scheiß. Na ja, jetzt. Aber nur, wenn's hochgeht. Kann ich sagen, ich hab' durchgehend 13 FPS. Also, ich weiß nicht, was ihr alle habt. Ich hab' 35 bis 40 ungefähr. Bei mir läuft's flüssiger und flüssig. Und ich fahr' die ganze Zeit bei uns am Hof rum und bei uns stehen Fahrzeuge, keine Ahnung, 40 Fahrzeuge mindestens. Julian, kannst du ein Gewicht bringen? Für meinen, bitte? Ja, bist auch dran, hörst du? Ähm, 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 Gewicht? Ja, was für eins? Ja, für meinen, für meinen New Holland hier. Den blauen. Ne, warte ich schon mal bei dir, warte. Ja, ich hab' jetzt nicht mehr viel, nur noch das eine Eck hier, aber der drückt hier schon ein bisschen extrem rum. Ich mag das, wenn's ein bisschen hoch geht, habe ich da schon ein bisschen... Warte, lass uns mal einsteigen, steigen wir mal aus. Krass, da musst du kurz v hoch wieder runter, dann geht's. Du hast den falschen Traktor dafür. Nee, ich krieg da schon her, wenn's runter geht, ist kein Problem, das ist jetzt halt zum... Er packt schon noch, wenn man hoch geht, hier runter. Heftig Gewitter? Ähm, jetzt passen wir auf. Gestern. Du brauchst PS, also der hat 435. Ja, und du brauchst für den 500 PS, da musst du dir den Case kaufen, den Case IH. Kannst du mal einen bringen, oder? Warte mal. Ja, ich kauf den. Kommen wir den mal zurück, ja. Erstmal verkauf jetzt die Dinger wieder. Äh, gib mir mal Farmmanager. Die Ladewagen. Hm? Da dachte ich ihm. Press Credit. Verkauf mal den, bring mir den mal ein, ich hol mal, äh, Zomi. Ja, gib mir mal Farmmanager, sonst kann ich nix machen. Achso. Escape, warte mal. Wenn er weiß, wer das geht. Ja, weiß ich. Äh, Julian. So, zack, hast du? Gegangen? Ja. Ich hol mal das mit dem Saatgut. Jo, wo ist das denn so ein dickes Ding? Wow. Hast du ihn geholt? Leucht. 521.000, Alter. Hahaha. Fuck. Ähm. Was baue ich zum Säen? Was baue ich zum Säen? Ich meine, diese rote, gell? Ne, diese gelb-rote. Da muss ich aber das reintun, das Saatgut, oder? Das haben wir ja hier, oder? Saatgut habt ihr Wunden dabei. Das könnte ich ja mit dem, mit dem blauen machen. Ne? Aber da muss ich auch randomlichte anschauen, wenn ich mit dem Teil rumfahre. Geil, bringen wir das fette Teil hier. Der hat 625 PS. Läuft. Hahaha. So, also, äh, Saatgut, äh, baue ich hier, was muss ich rein? Also Saatgut und Dügner, oder? Ja. Da kann ich einfach hinfahren, dann muss ich es reinschütten, mit dem, brauche ich einen Stapel, oder? Äh, kannst du hinfahren und dann, boah, erdrücken. Muss ich aber aufmachen, oder? Mh, ja. Also was, muss ich genau hinfahren zum Saatgut, oder ist das irgendwie scheißegal? Rückwärts? Rückwärts oder seitlich? Egal, normal. Ja, da ist ja ein Stapler eigentlich. Wer ist denn jetzt überhaupt noch da? Hier, drei. Äh. Ja toll, vier drei, das bringt uns schlecht, wenn ich nicht hier raus tappen kann. Das geht gar nicht, eher, warte mal, nicht hier. Warum du dich? Das geht nicht, na? Muss ich mit dem Stapler machen, oder? Warte, ich, ich bin auch eh schon auf dem Weg jetzt. Chill mal kurz. Warte mal, chill deine Base hier, warte mal hier, warte mal. Chill mal deine Erste, Liga. Ah, so. Schweinefutter hat er hier. Schweinefutter, das ist Schweinefutter, warte, das ist Saatgut. Chill mal deine Base. Base, Base. Schweinefutter, er hat ja nur Schweinefutter hier. Wo ist denn das fucking Saatgut? Hä? Aber Schweinefutter ist doch nicht. Hä? Ich kam doch schon gerade da. Ich kann nur 40 fahren mit dem. Ja, ja, was soll man machen? Ist das da hinten? Da steht Saatgut drauf. Ja, haben wir aber nix. Oder ich bin ab heute blind geworden. Ich glaube, wir haben gar kein Saatgut da. Ich hab' durch Schweinefutter gekauft. Das sind so komische Paletten, ich weiß gar nicht was da, da steht nix oben. Ein... Ein... Börster. Ein... Ich hol mir jetzt ein Bierchen. Aha. Ein Bierchen? Und dir? Ein Bier am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Richtig. Alkohol macht Birne. Alkohol macht Birne hol. Macht mehr Platz für Alkohol. Haribo macht Kinderfett. Sterben kann man sowieso. Schneller geht's in Haribo. Nee, Haribo macht Kinderfett. Steht sogar im Internet sterben muss sowieso. Ah, er drückt und ich hab's. So. Und wo ist der Dünger? So. Der Dünger fehlt noch. Dünger ist blau. Dimm. Das ist nur Schweinefutter. Läuft bei dir. Das ist ein geiles Teil hier. Alter, kann sich im Schnee fahren. So, Mais habe ich oben. Geiles Ding. Ja, bring ihn rüber. Den anderen hast du verkauft, oder? Nein. Nein. Das steht doch drüben. Da, Dünger. Dinge habe ich. Mais. Also, ich wollte kein Mais. Fuck. Wie kann ich das wechseln? Warte, lass mich mal einsteigen. Mach du mal. 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 Ja, das schau ich gerade. Du, David, wie? Ja, ja, ja. Mit Z. Was willst du anbauen? Mit Z. Ja, du hast ja gesagt Weizen oder Gerste. Oder was? Ja, aber mit der kannst du kein Weizen oder Gerste anbauen. Hm? Dann musst du dir die Konto anhängen. Da ist jemand in Müde. ja was soll ich was soll ich nehmen die aber zum konto die grünen hängen die mal an ja ja was mal bauen ich weiß das hatte ich auch nicht wo sehe ich das was wir brauchen haben wir mal ein tipp aber da geht schon mehr voran hier mit dem case welche braucht man also nicht die aber zum konto die grün-orangen sonnenblumen wie soll ich die sonnenblumen jetzt raus und soll ich drin lassen da wieder bei drücken wir da gehen die zweis hat da gibt der eines hat okay dann fährst du mit der anderen dahin welcher ist das die grüne die stehen so blöd dass ich gar nicht anhängen kann alter der stapel ist auch umgekippt hat den weg gewichst stapler jetzt ist er wieder gerade bei mir hier platz ich hole mir jetzt sein bier hier werde ich ja zum stil ich muss ein bisschen aufräumen so und dann ran fahren oder er drücken weizen oder ja und den dünner wenn ich hab die gar nicht er ist aber schon leer wieder diese diese saatgut wie weit zum baue ich denn 31 prozent so viel brauche ich nicht da drüben oder ja hast doch abgehandelt das andere sehr gut danke war da hängen wir ab hängen überhaupt schon mal weizen ist ja schon leer und jetzt wo kriege ich den dünge weil wir waren hängen ab das ist alles schweine fütter wo ist dünger ja kein dünger ja kein dünger da kann sein schnell holen ja schnell dünger holen im shop muss ich da zum shop fahren oder direkt rüber schauen zu euch das ich überlaufen kann kann es auch zum shop haben aber da kann ich mit da kann ich mitnehmen kann ich mitnehmen was machen mit welchem der grüne hier hat daher scheiße motor vergessen auszumachen benzin sparen sagt die umweltschleuder ja voll so da muss ich zum shop und erwarten ich brauche noch dünger erst julian ja kannst du dann auch machen deswegen soll ich ja vor einem düngerstreuer was eine größere arbeitsbreite wie jetzt ja war hoch zum shop und kauft dünger und dann kommen sie darunter hey hey captain hey yo captain jack die hatte ich gerade auch gedacht nenni na wei wo track hey yo captain jack hey yo captain jack bring me back to the rainbow track ich weiß nicht wohin ich brauche nur ein kemau mir fährt ein junges mädchen von mir fährt ein junges mädchen und es heißt da die ist eigentlich schatz hier noch da ja naja was des hersteller austria dann red mal australiisch für spars nicht australier austria australia australi ich nicht früher dazugekommen es war die wollen also ausnutzen so weiß ich auch noch nicht die werden morgen auch probieren heute was hat mit stefan und dexas oklahoma texas und dexas is very danger tonadus und jetzt usa lieder aus braucht ne weg damit usa kommt wieder runter die g obama first da steht hier alles auf der straße ist das auch noch für uns keine ahnung meint ist es nicht steht was meint ist ist der große drescher habe ich einen kleinen und großen so und jetzt was muss ich machen julian ich bin im shop dünner kaufen b dann wo gehe ich den dünner big bags mineral dünner und dann mineral dünner big pack 1920 höflich sein und das was er schreibt vorlesen denn ich bin nicht so gut in englisch also ja schön ich komme aus texas in usa und das letzte jetzt also ja hat das falsch geschickt hast maut keine ahnung mama übersetzt gleich muss erst mal den scheiß hier kaufen mineral dünner big bag 1925 920 wie viel soll ich da kaufen dafür denn scheiß zwei oder drei gehe ich das rein meinem ding wie dass ich zweimal fahren muss drei bekommst du rein okay habe ich kauft wo sind die jetzt hier dünner dann fahre ich ran oder seitlich ja dann öffnet und dann er oder und da füllte alles rein oder alle drei es ist einer da fertig und habe aber 62 prozent drin sie hatten einige einige in der letzten zeit wo er herkommt genau habe ich ja gesagt gotten jetzt ein bisschen falsch geschickt wer live ja dialekt ja ich frage mich hat das ja in der usa da gibt es verschiedene die eben anders englisch da habe ich mir ganz so schwer getan ist mit dem schreiben ein passt mond genau dafür herkommen soll ich noch einen kaufen was noch eine rein und halber nun halber ich habe schon 62 prozent 2000 drin ja 3200 generaul 80 90 und voll unter 3 stehen lassen und was und der dünner aber den dünner tut man doch rein normal aber jetzt könnte ich hier doch das ding mitnehmen das kann ich nicht doch könnte ich das mit dem nehmen die streue wenn du wenn du den dünner streue vorne anhängst und den wendern dahinter ja du musst das abhängen hinten das was jetzt hinten hängst du musst das vorne hängen dann kannst du das ding hängen okay nicht umhauen die tornadoes die tornadoes in texas is very dangerous ja hier in deutschland erleben wir leider gottes auch immer wieder welche allerdings naja hier in deutschland nennt man das ja windrose das kann ich dir nicht anhängen vorne geht gar nicht das ein gewicht vorne bei dem traktor nein du ja du musst das gewicht abhängen und dann habe ich das gewicht in das gewicht hat auch hinten dran hängen denn diese scheiben ecke geht hinten an an die weil dieses gewicht hat ja noch mal so eine kleine anhängerkuppel da was geht ja ja guck mal da das bei mir steht auch ein streifenwagen einer einer würstchenbude und die politik das gewicht hin die polizistin bestellt hat eine brachwurst lecker ich will auch so jetzt habe ich super dankeschön david dankeschön danke david jetzt habe ich hunger super ja und dann kann ich den hinten noch anhängen ja das geht ich nehme den großen mit der heine mit auf der straße schicke ich mal ein bisschen weg so gleich eine schippstüte pommes schranke ich kann den krönig anhängen der ding ist ein weg hier ich weiß es gar nicht ich kann eigentlich anhängen der wird oder bin ich nicht gerade was sagt das geht wenn das gewicht hinten auch noch entweder was ist das ding nicht ich hab mir den schwader hat den einen den kleinen kann ich ja der kleine schwader der müsste gehen okay das ding nicht weil das ding den drei punkt ankupplung hat okay ja der geht super danke so dann nehme ich mich mit dankeschön david mein edler edler spender wo du gespendet hast hatte ich ein ständer ob das reimt sich sorgi ist mir so rausgerutscht er kriegt ständer auf männer also würde ich sagen jetzt bist du single jetzt kann ich dir endlich sagen ich kaufe ein ehring jetzt ist unterdachung gefahren und alle können es bezeugen und auch für die ewig gespeichert gespeichert im internet ich war unschuldig meint ein bisschen zu stellen so das heißt julian ich muss eigentlich jetzt das noch drücken jetzt mit dem oder oder noch mal mit dem gerät weil normal ist kann man sehr reit und dann ist ja gedüngt und gleich gesät oder mit dem traktor wie hast du schon fertig in der zeit durch die scheiße hole ist ja schon fertig eben dem also und haupte gerade hoch bis dann auch dankeschön sehr gut lernen dass du bist besser soll ich mal sagen was ich bis jetzt gemacht habe ja ich habe paar sachen gebaut habe den hof ein bisschen verschönert mit dem hier pflanzen keine ahnung wie es heißt auf jeden fall ein bisschen verschönert denn habe ich angefangen mit einem kleinen drescher einen feld zu mähen habe stroplage angemacht und das habe ich gerade eingesammelt habe die kühe und wasser versorgt ja kühe gekauft 200 stück läuft kühe mit wasser versorgt habe schon auch einiges gekauft großes silo gekauft kannst du ja auch melken von hand nein das wäre es noch nicht das kann ich aber ein widerstand auch so stimmt sich dann mal einen schluck nehmen aber erst sollte bevor sie an die melkmaschine angeschlossen werden werden sie sogar so noch mal kurz per hand angemolken weil könnte sein dass minimal bisschen blut mit rauskommt weil es ist denn so dass ja wie soll ich sagen ist halt ganze mal wieso ja wie soll ich sagen ein körperteil verliert aber so ein bisschen blut das war's das kann bei der milcher sein da wird kurz ein bisschen blut rauskommt das war's als erhaltliche milch haben umso weniger hatten die maschine zum rausfiltern ja der bauer hier da wo man der hat von automaten dann kannst du eier holen käse wurscht fleisch und dann kannst du frischmilch oder halt basturierte milchkorn rausholen und dann kannst du fläche und reiner aus den euro rein dann kannst du drücken und dann ist es so den lasse ich hier kurz stehen sehr gut hier auch bloß beim lidl stehen kannst du dir gerade auch noch vorräumen wenn du willst so einen automaten haben habe ich auch bloß das steht beim lidl ja ich gehe ich gucke an die eier und denke ich scheiße wenn ich da jetzt heraus und die fliegt runter die sind ja doch ja ja kaputt dann geht das aber so hoch geht hoch macht die klappe auf und das ist so schaumstoff drin und dann kommt die eierpackung so raus und mein plätschen grad drin und fällt so um noch und ich dachte wups dann aber war gut das schon sicher eigentlich dann habe ich noch wurst raus gelassen und käse zum bärkäse und muss ich das hinten anhängen dann wieder oder jetzt vorne auch ja ich hänge es aber hinten welcher autist stellt ladewagen so rein ja autist läuft bei dir ich weiß nicht ob es euch was aus macht aber ich habe die bga gekauft welche bga biogasanlage weil ich sie wegen kühe am meisten gebrauchen werde mit n aufmachen oder ja du musst gar nichts aufmachen doch muss ich kann noch zu dem loch ok und dann okay wo was war nach links ja wie sehe ich dann die scheiße oben ist zeigt sich an oder am jetzt ist schon gedüngter wie geht es auch wohl ich habe helfer laufen lassen was hast du helfer laufen lassen ich habe so gedacht das ist gedrückt schon kluzifix bm sonst gefahren komm jule machen wir noch einfällt okay zusammen und schnell ist haben wir noch ein feldchen um wo waren wir ich weiß gar nicht mehr wo der war so jetzt versorgt die kühe wieder mit wasser hier machen wir einen kommen welche machen wir denn sollen wir noch eine kaufen oder ich sehe gar ich weiß gar nicht welche gekauft haben wo kann ich auf map 9 auf escape dann auf die weltkugel wie sehe ich das wo meint es eigentlich weil wir hier traktoren ne das ist gelb also orange die zahl ich habe orange was ist wenn ich 39 fällt machen wir das noch oder 42 39 ist abgeerntet 42 ist auch abgeerntet ja aber das gehört auch niemand oder könnte es ihm ja den farmer dem das gehört okay das ist mit 40 36 41 die sind gegrubbert das heißt wir müssten ansehen die 40 aber kann ich kaufen dass 40 gefällt soll ich kaufen bisschen groß ne kriegen wir das herz zu zweit schnell also machen wir das 40 40 und dann ansehen mit was denn soll man zu zweit also pass auf wir haben wir also ich habe jetzt angesehen weizen war das gäste war das weiß nicht vorne ja aber mehr brauchst du nicht zeig mal wie machst du das wo geht es denn schweinestall ja und dann und dann wie guckst du da jetzt sagen wir mal ja wir haben schweine ja das bin ich ich bin ein schwein das brauchen wir soja bohnen soja bohnen endlich ist immer was los im hof hier hinten also du brauchst auch mais und soja bohnen und dann machen wir mais zusammen okay dann holen wir uns den traktor aha gut zu wissen das unternehmen hat eine eigene kuhweide wir haben alles da welche sollen die grünen nehmen zum sählen ne zum mais kann ich den gelben nehmen oder den gelb-roten oder ähm mais, gelb-rot ja okay ich nehme den und nimmst den anderen oder ich mach bei einem 40 derweil und sähe dir soja bohnen an aber machen wir nochmal eins und ich soll bei 40 oder ja genau okay jetzt warte mal an mir kurz einstellen und dann stelle ich es dir ein haben wir so viel wir haben keinen dünger oder mehr das problem der dünger ist jetzt nur noch in diesem wagen drin juli brauchen wir für meist nicht noch dünger auch noch naja das können wir gleich machen warte mal ja da von dem wagen hin weg oder kannst vom wagen weg nehmen mach mal auf die scheiße da ist kein dünger mehr drauf traktor hab ich doch noch dünger drin da schau 96% wo bei dir? ja da am elke, da am traktor das geht doch oder? ja da passt es doch eh ja mach mal auf kann ich den rein schieben warte mal fahr mal ein bisschen weiter vor und drück mal i weiter vor, weiter vor, weiter vor drück mal i drück mal i ja siehste jetzt ist draußen die scheiße ne alter über 200 über 200.000 liter fressen wills ertrinken die kühe da will ich immer mal gucken bei dir dann wenn ich das um morgen dann okay ähm 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 holst du auch oder? also du holst das ist meine dann oder? machst dann alles voll schön sieht geil aus das Ding ja der case uah uah lalalalalala ist gut oder? mhm und dann nimmst du da dann soll ich Feld ähm reicht das meinst du? der Dünger? feld 40 feld 40 ähm feld 40 das ist da oben ne? das ist da drüben, ne? da kann ich nur einen Zaun fahren, ne? ne? nein er brauchst du auch dünn oder? naja wo steht das Ding hier dran hier vorm eingang an der scheißdack ich hab da hingestellt war kein platz konnte ich nicht wieder so durchfahren feld 40 wo ist denn das da mal? boah hahaha hahaha ja what the heck wo ist denn das Feld 40 warte mal ich muss mal gucken hier auf der map ja fahr' wir nach ah da rechts oben ist es ja hier das Feld hier? ja das hier oben? ja ja genau hier fang ich an sehr schön ja vielleicht bring noch ein bisschen Dünger wenn du Zeit hast oder so aber gut feld 40 besser ich hoffe man hat mein Gehen nicht gehört Gehen? nein voll gestöhnt David Voss ist hier ich hab grad die platzierbare WGA so umgeschrieben dass man sie mit Hackschnitzel füttern kann dann brauche ich keine Silage und komme schnell zu Kohle ja wie das? ok ja geht also ich muss noch runter ich muss nicht v runter doch v runter und b drücken ja du hast was hast du rechts unten stehend Sojabohne? ja 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 gut ja das ist Sojabohne? ja so ein bisschen ah fang guhleu ich weiß es als fachfangbohle aber so die so verbrecht die die Gut, läuft. Dann besähe ich das mal, das wird eh nicht reichen, brauchen wir noch Sojabohnen oder haben wir noch Wir haben gehörten der Dresche hier oben, mir, wenn, kommt auch an welcher Dresche, am Shop? Daniel Holland, der David ist hier, moin moin, konnte ich ihn aber noch nicht abholen. Schatz, ich nehme mir hier, so, das machen wir noch und dann lass ich es gut sein, meine Lieben, zwei Stunden 70 schon wieder. Ich mache nämlich gerade mit Wasser meine Kühe dicht. Läuft. Weil die schlucken 150.000 Liter. Äh, Julian, wo bist du, im Shop oder wie? Ja. Bringst du noch, äh, Shop, Shop! Material noch, Dünger, Sojabohnen, Kosten, Kraftstoff, äh, ja. Ah, Julian macht das schon, er kennt sich besser als ich. Einmal mit Profis hier. Ach, wie nett. Der Hof vom Lund ist ja sogar ausgeschildert. Ja, ich weiß, es gibt scheißgefahren, aber es ist mir gar nicht mal in einem Luft. Alter, das Feld ist gar nicht so klein, halt. Was willst du überhaupt bei uns? Hä? Ich will gar nichts, boah, ich bin nur nur reingefahren. Ich bin... Darf ich mich hier nicht umgucken, oder was? Sicher. Wir betreten auf eigene Gefahr. Ich sehe das, du. Ja, ich bin ja... So, ich liege kurznächtig, ja, kurznächtig, ja. Und Frönig, Gorma, Gno, Du, Jofen, Bügel, Hake. Boah, ich stehe Bescheid, da dann. Und, äh, danke schon für die Reinschauen. Vielleicht guckst du mal wieder rein, ne? Herr Förster. Würde mich freuen. Äh, morgen, oder heute werde ich hier nochmal was machen, mal gucken. Ne? Alter, ist... Scheiße. Ich mag dich umdrehen hier. Hab keinen Bock, jetzt hier rumzutun. Ich mach das aber dann so. Also, ich mach, äh, du machst 41, oder? Ja. Dieses kleine Eck, der, da muss man noch bei mir helfen, ja, sonst bin ich hier. Jo, fix. Ja, geh. Dankeschön. Das wollte ich eigentlich noch einen Kopfstand zeigen. Wenn ein neuer reinkommt, oder? Ja. Da müssen schon mehrere neue reinkommen. Da müssen schon mehrere neue reinkommen. Heute habe ich wieder auf dem Boot eingemacht. Alter, so geil. Unterfahren. Kopfstand-Party mit 48, läuft bei mir, ne? Zum Wohl. Ach, der David hat vom Essen geredet, jetzt habe ich Hunger bekommen, ne? Das kann ich auch sonst morgen auch noch fertig machen. Das werde ich heute... Ja, so groß ist es ja nicht, 40, aber... Mein Dünger habe ich hier nicht so viel, aber es wird sich ausgehen. Sojabohnen geht. So, erstmal rein losschauen. Ist hier jemand? Nö. Dann erstmal rauf hier. Hallo, erstmal. Mal spannen fahren. Ist das hier ein Fußballplatz? Ja, das ist ein Fußballplatz. Aber ich könnte es ja so machen. Ich fahre jetzt hier so raus. Okay, sie konnten sich in der Halse platzieren, ich nicht. Schön schön. Dann dreh ich hier so um. Stopp langsam. Und dann... V wieder runter. David, machst du nur Kühe oder du hast ja Felder auch, oder? Ja, ich habe auch Felder, aber ich kann halt nur eins platzieren. Mehr kann ich nicht platzieren. Ich konnte nur eine... Oder du machst... Oder du machst... Du machst so Kühe und so, Milch und so, und Kühe verkaufen. Oder wie? Verkaufen kann man die nicht. Was dann? Schlachten und Milch verkaufen. Milch verkaufen. Milch schlachten auch nicht. In dem geht es nicht. Okay, nur Milch und so, oder? So, wenn man hier noch rüber, dann muss ich hier so durch, dann kann ich hier eigentlich schön schneisen. Dann fahre ich hier noch die schöne Schneise ab. Da kommt David! Moin Moin! Du siehst du mich nicht. Ich bin das Polizei-Auto. Hä, was? Was? Guck nach hinten. Ich stehe im Polizeiwagen drin. Ja, ich hab's gesehen, ja? So, ich bei dir. Ich dachte, ich muss jetzt noch ein bisschen Kopfstand machen. Obwohl ich fixe Daumen, langsam merk ich. Daumen, ich werd nix sagen, aber bei dir in der Nähe bei dem Feld, fit sich ist auch ne bisschen Bude. Ja, ich weiß ja. Hab schon gesehen wollen. Na schön, mit 121 Sachen an dem Tom vorbeibrausen. Wo ist er? Ja, über mein Feld, geil läuft bei dir. Erstmal jetzt die Brücke hochsausen mit 90. Und da drüber jumpen und salto machen. Ja, genau die Leitplanke. Super, ich hab's gar gesehen, instant gestoppt. Normalerweise wär ich mit 90 da durchgeflogen. So, meine Lieben, heute mal ein bisschen später, ne? 2.44 Uhr haben wir und angefangen haben wir vor 2 Stunden 23 ungefähr. Da kommen wir da David. Julian? Ja? Und du bist bei 40 dran? Ja, ne, 41. Äh, 41? Ich bin bei 40, meine ich, sorry. Nein. Es ist so groß, ja? Äh, weiß ist Größe. Kannst du dir helfen kommen, wenn du wirst? Ja, ich hab gerade erst angefangen. Das sehe ich noch an und dann, äh, das wachst ja trotzdem, wenn wir rausgehen aus dem Server, oder? Wenn man das so eingestellt hat, dann ja. Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte hier rein eigentlich, ich könnte es ja einstellen. Dann beatmen wir ihn auch, wenn ich jetzt. Ihr könnt froh sein, dass bei euch keine nervige Lok lang fährt, alle 2 Minuten. Lok? Das ist doch geil. Ja, bei mir fährt ein Dampflag vorbei, macht derzeit schschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschsch Bock habe oder die ganze Zeit irgendwie was mit diesem Warte ich kann es nicht sein mit welchem Ding Landschaftsbau scheiße zu machen aber ich habe auch sehr viel mit Grünen gearbeitet und Wege gemacht und so Sojabohnen und so haben wir noch aber Dünger keinen mehr doch noch ein bisschen mehr vielleicht ein größtes Ding, dass man mehr kommt Ah, Schatzi ist noch hier Hallo Maus, ich bin noch dran Danny, Tom hat gesagt, er hat einen Steifen gehabt, als ich ihm Geld gespendet habe Aber er steht auf Männer Also wir können jetzt heiraten Ne, halt wegen der 200 Euro und das war mir zu viel Das hat mir irgendwie, keine Ahnung Aber ja, Schatzi war ja dabei Mal gucken, was du sagst Nee, gleich kommt so Juhu Dann lache ich Dann sagt er Tom aber Nee, mein Schatzi liebt mich Sicher? Ja Überall, ich sehe auch Ja, Schatzi, schrei mal rein Komm Ich glaube, die ist gerade paff Nein Das ist ja kein T-Zug, kann er nicht so schnell schreien Du musst immer noch die sieben Sekunden noch denken Die Zeitverzögerung Die sind aber schon längst vorbei Jetzt muss ich glaube ich erstmal überlegen, was sie schreiben soll Schreiben einfach zwei Buchstaben Weil ist es für mich eine Bestätigung, für ihn nicht Ja, das wird so knapp Das wird so knapp Wenn dann heirate ich dann Was? Wie? Wenn dann Heirat ich dann Also wenn ich schwul bin Oder wie jetzt? Ich hatte ja immer das beste Schreiben Parat Hast du gerade deine Lebensgefährtin als Mann bezeichnet? Wegen schwul? Okay, alles klar Wie was? Ich bin nicht schwul Du hast ja gesagt, dass sie schwul ist Nö, ich steh auf da Ja, dann ist sie aber kein Mann Ich bin der Juli Jan 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 Das Lenkrad geht mich an Nein Aber jetzt hast du wenigstens ein Lenkrad Kannst du ein bisschen fahren Bist du nur S19 gefahren? Schatz ist es noch da Das ist schön Naja, mit ETS habe ich angefangen Okay Okay, toll Ja, voll geil Ja, ich will ja noch Für Arte ist noch Washington jetzt kaufen Hier, dann geht es jetzt eigentlich Oder hat ihr mal geguckt? Hm? Geht es jetzt? Mit der 1,35? ETS oder was? Wo? Wenn sie nochmal heiratet, dann mich Dankeschön Ich würde es auch Ja Wo ist man hier? Das Feld Ja, komm, das mache ich noch fertig, Leute Dann lass es mir gut sein Weil irgendwann dann Du hast gerade jemanden mit dem Chat gehacken Du hast gerade jemanden mit dem Chat Ich weiß ja Ich bin gerade am überlegen Äh, wie lange ich ihn noch drin lass Ja Versteht ihr den Joke? Habt ihr verstanden? Ja Versteht ihr? Ja Der Analkönig hat es verstanden, oder? Ich bin gerade Dani, Vorsicht ziehen, raus Bitte wehtun Ich bin gerade dran Am überlegen Wie lange ich ihn noch drin lass bei mir Boah Der war gut Tut mir leid Dani, lass das von dem nicht gefallen Lass dir das nicht gefallen Herr Analkönig, bitte nur unter der Zonsraum 2, Herr Analkönig War Analkönig, oder was? Egal Ja, du hast dir im Chat gerade Analkönig Nee, Analygen Nein, Analkönig Ich bin heute so gut drauf, ist es ganz scheißegal Aber es ist echt höher als die Mause Oh mein gosh, ey Oh mein fucking Gott Viele sind schon Muskelos Viele sind schon extrem am Arsch, oder? Wie heißt es so schön? Popo Nee, hier nicht Popo Schoko an der Spitze Warst du in der falschen Ritze? Ich kann nicht mehr Heiligen Schatz Leidig Spaß erlebst du nur Nachts Schatz, ich brauche einen Arzt Dani, der stirbt gerade Ich brauche eine Therapie Oder er braucht eine bekloppte Therapie Na, ich denke mir gerade zu meinem Beitrag Aber es ist so geil gerade Jode, was meinst du dazu? Ja Der war gut Ich kann nicht mehr, Juno Alter Also ich bin fertig mit meinem Anfeld Und du? Ja, du hast doch ein kleines, du Arsch Komm her, helf dir beim 40er Ich bin erst in der Mitte ungefähr Ich bin eh schon Ich fahrt eh schon durch Wieso, ne? Wenn Frister Tom bei meinem Hof noch nicht war Wieso? So groß, oder? Nein Die ist so hässlich Wieso? Wo bist du denn? Nochmal Das willst du nicht sehen So scheiße, wie bei dir Hier kannst du in der Halle Platz sehen Und noch nicht mal Das kann ich Hä? Wieso das? Kann ich Kann nicht generiert werden Hä? Ja, das Terrain kann nicht generiert werden Wieso das? Zu wenig Platz? Ne, von wegen zu wenig Platz Kannst du nachher mal herkommen Und siehst du zu mir Kannst du den Platz ja mal sehen Spielt ihr mit Mots, ja? Ich spiel mit Mots Ich spiel mit Mots Ja, ja klar Wir spielen auf einer Mod-Map Auf der Mod-Map Und die heißt Sie temen Sie temen Sie temen Ich weiß, Sie temen Sie temen Sie temen Ihr kennt den Typ nicht, oder? Der ist Gewitter im Kopf Mit Tourette Wer? Der Ja Sein YouTube-Kanal heißt Gewitter im Kopf Gewitter im Kopf? Ja Nee Gibt's wirklich? Ja Der geht davon ab Fischt aus meinem Arsch, oder? Kann es sein? Nee Oder Was sagt er? Dreier Was sagt er? Ja, er ist direkt Dreiergezeugt Ja, er kann ja nichts dafür Der kommt einfach so, oder? Ja Ich kenne einer, weil ich da, wo ich ein Boot gemacht habe Ich wusste nicht, dass da einer ist, wo er und direkt hat Und der sagt er von Warte von mir so Jens Mann, jetzt kommt's Und dann Ich so, okay Ich dachte, es sei eine Bohrmaschine Und dann auch mal Bis ich dann beim zweiten Mal draufgekommen ist, dass das so ein Typ ist, wo der da arbeitet, wo er hals und rettete Und ich dachte, es sei die ganze Zeit zum Bohrer, weißt du? Und das war ein bisschen Ich hab den ja nicht gesehen Ich war ja drüben an der anderen Halle und hab da ein Boot gemacht Oh Mann, hey Bis das Oh, du Seelige Nee, ich mein grad Heilige, weil ich nur noch 500.000 habe Wieviel hast du? 500.000 Was hast du als Kauf, bitte? Eigentlich nicht so viel Ja, da muss der Chuck-Kartier noch mal ein bisschen Kohle geben, oder Julian? Also kann nur der Chuck, oder? Das meiste, was ich ausgegeben habe, war für die Kühe Ja, Julian Gib ihm halt noch ein bisschen was Das war eine Million Da kann sich ein Kredit aufnehmen Kredit? Äh, wie? Julian, hast du auch Säuerbund drin? Ja Läuft bei dir, dankeschön Nee, weißt du, ich seh jetzt Mais an Soja und Mais, weißt du, zusammen, geht das? Hälfte, Hälfte? Ja Es wird, geht, oder? Ja, es geht sogar Nee, echt? Sonnenblume, Soja, Mais David, du drückst Escape David Hä? Ja, du sollst den Kredit aufnehmen Ja, tu ich gerade, ja Nimm dir ein Auf das vierte Symbol Finanzen Ja Und unten steht 5000 Euro leihen Und das drückst du so lange, bis es nicht mehr geht Okay Na, im Moment brauch ich ja sowieso nicht Nur erst, wenn es knapp wird, benutzt ist Weil wir als Lohnunternehmen brauchen immer Geld Äh, ihr macht die, ist ja die Kredithairie Ja, wenn du sie engagierst Das heißt, er arbeitet da gerade bei dir Das heißt, er stellt dir am Ende eine Rechnung aus Von, keine Ahnung, gefühlt sich Was? Wer von dir keine Kohle haben will Warte, 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 es geht gratis hier, Julian, oder? Nö Viel Liebe, weißt du? Ist Schatz hier noch da? Mäuschen, wo bist du? Ich passiere meine Arbeit nur, um dir zu helfen, ne? Ja, du bist der Beste, Julian Ich hab dich einfach lieb dann, weißt du? Männerliebe, ne? Bauernliebe Auf, da, allen, da gibt's Gossen Und dann esse ich noch was Dann gucke ich heute noch Fernsehen Weil Fox, meine Sendung läuft Bin da, ach, das schön Schatz ist immer da Dass so eine liebe Frau, Leute Die, ja, keine Ahnung Kann man nicht beschreiben Das geht einfach nicht So eine Frau findet man kein zweites Mal im Leben Richtig, David, was? Ja Oh doch, ich hab sie zweimal gefunden Eigentlich Ja, Schatz, ich hab die erste Mal gehabt Ja, wir haben die zweite Mal gehabt Wirklich? 2007 8 Ja, aber im Endeffekt hast du sie ja nicht Wieder gefunden, du hattest sie ja immer noch Bloß Nee, hat sie Zusammen Nee, ich hab keine Nummer, nichts mehr Ich wusste nicht, wo sie ist Ich wusste nur in Hannover Zeige ich mal Ja, aber du hast diese Frau schon mal gehabt Also Ja Und dann ist sie wieder aufgetaucht Und dann 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 Dienstag Football Training Mittwoch Dart Training Donnerstag Nachhilfe Freitag Football Training Samstag Dart Liga Dann brauchst du eine Frau Wo Dart spielt Football Also Fußball Und dann läuft's Nee, Freunde Ist doch schön Ich finde das schön Frau Braucht's Wenn man es nicht liebt So Ja, Chef Ja, komm, das geht Mach kein Scheiß Jetzt muss das kleine Zipfel-Eck noch machen Na ja Drücke ich einmal Knopf auf meinem Joystick Dann fährt meine Sähmaschine Hohn an Ich glaube ein kleines Eck Da hinten habe ich Bisschen verzäpfelt So, Leute Das machen wir noch Morgen dann Ich muss einmal wieder was anderes spielen Ich guck mal Macht schon Spaß Eigentlich Aber Ja Mir ist alles müde Ich Ich Alle Ball auf drei gehen Drei Zwo Eins Halt da mit einer reinkommt Denkt er auch Die haben ja Volle Waffel Das denkt der USA Typ bestimmt schon Nein, er ist glaubt Nicht mehr da Sicher Vielleicht schreibt er auch nichts mehr Weiß ich denkt Was denn das zu offen Kind das ist Kind das ist Ja, das machen wir fertig noch Oder dann lassen wir es gedeihen Dann haben wir 40 38 und 41 Richtig Jule Was in 41 Hammer Sojabohnen Nee Ich habe hier Sojabohnen Du hast Mais Und auf den 38er Hammer Weizen Sehe ich dann Und Kartoffeln Bekommt ihr von mir Kartoffeln Ah ja genau Und für was Was brauchen wir es Auch für die Schweine Alles für die Schweine Ja Also das kann die ganze Wo muss man dann Wenn man das Abernten Wohin tun Futterdruck 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 Oder in die Silos Ist bei einem Schwein Der Futterdruck Ich habe es gar nicht gesehen Ja Und wie ist mir ein Lenker Geht es zum Fahren Ja Voll geil Eigentlich Und ich bin leer Ich habe keine Soja mehr Wigi Ja ich habe noch genug Noch fertig Ja ich will zusammen glauben Ja ja ich weiß Hallo Digi Das gehört wie ich gucke Ich habe acht Siehst du das bei mir Was Ja Du zeigst mir gerade den Finger Ja Und jetzt muss er umdrehen Sehr schön Kann das sein Das ist ein Eckfeld Ein kleines hier unten Apropos von wem ich Noch die große Seemaschine Die hier steht Äh Beim Shop Ja Ich habe unsere Ne ihr habt doch mal schon eine Konto Also meine ist es nicht meine Wulich gerade Hey ein geiles Screenshot Warte mal Eins Zwei Drei Und Check Haben wir die Ein bisschen nach Den wollte ich zuerst kaufen Genau den wo du gekauft hast Jetzt Den wollte ich eigentlich zuerst kaufen Vielleicht mit dem du gerade fährst oder was Ja genau ja Ich dachte dass er jetzt sicher Jawohl Schön umgedreht Das hat man jetzt auch Läuft bei dir Hast du Hast du Oh jetzt bist du ein bisschen daneben gewesen Aber egal Hast du die Taste belegt Beim runterlassen und so Auf dem Lenkrad Naja auf dem Joystick Und Wie was Ah ok Ah auf dem Joystick vorne Ja ok Ja ich Bei mir waren So ein Joystick dabei Und ein Lenkrad Für 44 Euro In Ebay Läuft auch Hä da ist auch noch So ein fettes Teil Ah ja da hast du Genau Mach das Eck und das eine hier Wo du vergessen hast Noch das kleine Puppeleckchen Da da Ja Und dann Tom Ja Brauchst du Weizen Brauchen wir Weizen Geht alles bei mir zum Verkauf Da ist noch so ein Eck Wo wir vergessen Weil ich brauch's nicht Du kannst es auch uns bringen Ja bringen Ja bringt mir ja vier Wenn ich nichts krieg Hier da ist es Ja du bekommst das Geld Dann von mir Ich rechne das dann aus Mit dem Preis Wie es am Verkaufstelle Am besten Liebe ich liebe dich Liebe dich Dann Liebe dich Liebe dich Schatz Dann bringe ich das Gleich Okay Dann haben wir es Ja Vielleicht fehlt ein bisschen Links und rechts Was aber Also Tom Wenn du noch helfen willst Du kannst gerne noch ein bisschen Was bei mir helfen Ja ne Heute nicht mehr Ich werde mich jetzt ins Bett Verschüssen Leider Boah bist du schnell Alter Wieso bist du schon schnell Weil ich 53 fahren kann Alter So geil Ich hätte geholfen Nee Natürlich Aber Ja Von mir aus Katzen Morgen helfen So So Du musst noch waschen Oder wie Das kostet extra Wie Ist ja gleich die Waschstraße hier Den einen Du ich jetzt mal weg hier Ne Auf dem Weg zurück Ja Okay Also zu Tom nach unten Oder zum Wenn du mit Weizen kommst Zu mir ins Lohnunternehmen Da muss ich gucken Da muss ich hier abfahren Ich wollte noch waschen Hier Wie gut dass der Ruf Vom Unternehmen ausgeschillert ist Tom du kannst dich als App Wenn du anmelden Oder Kannst du auch wenn du willst Soll ich die geben Kannst du mir das Passwort schicken Ja Wenn ich es jetzt wüsste Wart mal schau Ich schicke es dir mal Ähm Ha Schatz Hat eine Nachricht geschickt Und hat es wieder gelöscht Wieso Schatz Mis Ui Habe Ich forgiveness Mimimimi Mimimi Mach mal Passwort Ähm Poo Hab's Ich will nicht von der Seite reinfahren Ich fahr lieber von oben rein Nicht dass ich da irgendwo hin gelangen Wo ich nicht hin soll Deine Kein scheißbau Ne Ja deswegen ja Wenn nicht irgendwo beim Lohnunternehmen landen Wo ich eigentlich nicht hin soll Hab's geschickt Hallo Whatsapp Whatsapp was geht da kann man überhaupt mit den rechten machen die alten wassachen halt einstellen das andere nach dahinter oder einfach die nummer du weißt wieder geht es dann kann so die zeit dann weiß ich kann man dann so ich stelle mal den nachher ich habe 33.000 637 dabei jetzt noch mal was 33.637 und was hast du da weizen und wie rechne ich das jetzt um um russ nun nun bekommst du von mir 22 aus dem gewissern und es geht er aber erster muss die Lücke auf das Jochen ja socken besuchen so wie sieht hier aus könnte ich noch was im hof stellen wie kann ich die markierung wieder weg mal wenn da der grüne markierung noch ist wie mache ich das klappt nicht kann ich rein Leute wie kann ich die markierung wegkauen ist das hier ein Hühnerstall wo ich da habe oder was ist denn das hier kann ich die wie kann ich die grüne markierung wegkauen Julian warte mal kurz ah wenn man wenn man auf die grüne markierung geht ab zu was ist denn das für ein Schuppen hier ganz abkippen ja sind das die Schafe hier wo bist denn du da war mit dem Hof hier ist nochmal kann ich sagen ich bin ja noch Schafe rein oder was kommt hier rein wie kann ich das zum Shop hin oder wie die Haltung oder ja nee wie kann ich die kaufen wo weil ich komme gleich warum kommst du hin über über ja wenn du so weil ich keinen Bock hatte hier wieder zu drücken die Schaufel oder wie kann man denn Tiere kaufen ich sag doch einfach mal mal gucken wie viel haben wir gesagt 22.100 ja ich glaube zumindest müsste eigentlich so sein danke Hofunterstand wo so eine Hofscheine noch reinbauen auf jeden Fall kann ich dir sagen Tom ich lasse gerade per Helfer einen Feld grubbern und da mache ich den Rasen hin da setze ich dann noch eine Kuhweide hin okay dort haben wir dich kommen ich sag's dir wo bist denn du jetzt schon wieder wenn er Hofscheine hier reinhauen geht gar nicht mehr doch grün hier da drüben war ich was wenn wir was hier machen wenn ich nur Hofscheine gemacht habe wie kann ich die wieder weghauen wenn ich dann einigen gemacht habe einfach nur sollstiert bei Garage hin P und dann beim Shop und dann Garage da kann man es weghauen eigentlich oder wenn man es nicht hauen ja musst du anklicken und dann kannst du es wieder weghauen ja okay drückst R okay ah dann und dann auf verschieben scharf schwarz-weiß scharf schwarz-braun schwarz-weiß und dann 1500 ein Scharf wir haben wie viel ist ein Scharf ist nur eins ja wenn ich mehrmals verschiebe kommen mehrere warte mal zwei ach das ist doch eigentlich nochmal ach schön wolle oder ein Schäfchen der muss man halt im Fressen auch gehen oder so verreckten sie ne nein wie kann man eine Straße machen hier oder das Gras muss man das mähen nee das kannst du mähen musst du aber nicht ähm Straße und so wie geht das gibt es das diverse schaufel Landschaft Landschaftsbau starten was ist Landschaftsbau aber da geht man kurz in die in den Hofbank was ist Landschaftsbau starten was hast du gesagt kannst du alles kannst du alles anpassen geh mal auf auf die Hofansicht wie geht das wie geht das also wie kann ich ein Ding bauen ich gehe mal in die Bank rein oh da geht es ein bisschen höher ah ok kannst du da reingehen wie kann ich das wechseln wenn ich das ich kann nicht raus weil mein Hof denn gelöscht wird zurückgesetzt wird steht hier so wird sein Hof verlassen wenn ihn verlässt wird der Hof zurückgesetzt wie kann ich das wieder rückgängig machen wenn ich da was geändert habe von der Erde hm hm egal ups jetzt habe ich hier die Unebenheit gemacht bisschen jetzt habe ich wieder mehr Geld ich habe jetzt einfach auf den großen Drescher verzichtet ja wie kann ich das rückgängig machen ich kann das rückgängig machen das wasser da drin wie kann man das rückgängig machen modellieren was hast du da gemacht wasser ja das kannst du modellieren aber ich habe da guckt ich hätte schon da was reinmachen wollen hier so wasserding aber ich ich wollte die Höhe nicht kannst du das mal ändern ja genau wie machst du das ich glaube Tom das mit dem Wasser und so weiter das lässt du glaube ich erst mal lieber Profis machen ja ich will gerade mal wissen ich würde schon gerne so ein Teich machen mach das einmal ja ja genau aber dann ist es wie eine Straße kannst du das bis raus hier machen Jule hier so wie ist er warte mal den Wagen stelle ich mal hier weg also das war ich so ein Teich oder so irgendwas ach der hat es einfach hier hingestellt ok warte mal muss ich wieder mal einen Trecker springen und das Weizen wieder in den Drescher holen Jule macht da ein bisschen schön hier dann haben wir uns wenn du was schön machen willst dann kannst du mal die Unebenheiten aus meinem Hof lösen raus Dankeschön Schatzi dann gehst du schlafen Baby ich mach noch schnell das fertig und dann hau ich mich auch ins Bett ne ins Burg mein Häschen ne wie du willst wie war es heute beim Sport eigentlich und Physio und Tom ich kann dir sagen wenn ich auf der minimap gucke ist dein hoch auf jeden Fall ziemlich hoch vorzugestellt ich sehe ganz viele Punkte sehe ich da wie meinst du ja so viele Geräte stehen da rum auf einem Fleck da sehe ich ganz viele Punkte und bei mir ja wir haben ja da ein paar Sachen so brauchen halt ne kannst du ja bei mir vorbei hinfahren dann kannst du es sehen ja warte ich tu grad mal das hier ein bisschen hier weg ja dann muss ich mir sagen wie er was haben will ja ja da bis hier die die Straße noch zu machen hier so halt durch weist durchgehen so ja ja zeig mir mal wie das geht zeig mir mal wie das geht ja weil da musst du dich erstmal rein fuchsen also das ja wie ja mach mal da die Straße noch bis hier da ich hab grad weggefahren hier bis raus hier wo der Ausgang geht hier ja komm mal kurz hier das krank so sieht es gut aus ja genau einfach so zum Hof rüber hier ich kann dir sagen das mit der Farbe und so weiter das mit Straßen machen und so das weiß ich aber nicht mit der Ebenen und da rechts auch rein hier zu den Dingen hier noch da zu den Schafen hier noch da vorne einfach so dann was aussieht genau ja genau so meinte ich ja genau von mir ja genau du machst das schon ja und hier kannst du ruhig die Ding weg machen ja die Wiese hier bis hier bis hier hinten da bis zum Haus zack zack genau so macht man das und hinten kannst du eigentlich die Wiese so lassen dabei da guck man dann was wir machen das sieht gut aus hier vom Hochdruck reinigen ob ich so eine Waschding hin mache ich weiß es nicht genau um das sie hier finde ich ja nicht so gut kann ich ja selber oder B okay dann ähm ähm häuser diverses die Haltungen, Silos, Hallen ne nicht Hallen ähm Silos, Dekoration, Farmhouse nein das brauchen wir nicht diverses ja wenn du es mit dem eben ehrlich nicht so gut kannst dann lass ich das so Werkstatt, Brotstatt naja muss ich auch pass das so Tom ja sieht gut aus du kannst beim Haus hier noch ja genau wo das Auto steht ja genau hier so warte mal mal gucken wir hatten das Haus hier so hingestellt das war schon da das Haus oder hier ja 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 lass mal so stehen das sieht gut aus die Traktoren sieht gut aus soll man noch so eine Halle wo man noch hier die Sachen nach unten stehen sollen kann man da was machen oder eher so in der Natur finde ich eigentlich schön so wie siehst du das Julian? musst du wissen ich schau mal kurz hier im anderen Hof ich kann mal überlegen warte mal vielleicht da nach meiner Halle hin ne wo hast du wo Unebenheiten ah ja ich sehe siehst es die an der Kuh weiter die Unebenheit die stört mich nicht aber die von dem Silo die Unebenheit da die stört mich das schon doch ein bisschen die krieg ich hier gar nicht ran die Halle? wie? aber die ist so große ja ich komm mal kurz zu dir wo die ist echt zu groß frag mal auch mal die die Werkstatt und den Kerl ne die Unebenheit die ist mir egal die ist mir egal ich meine ich meine hier beim großen Silo weil diese Unebenheit hier beim Kuhstall die ist ja minimal aber hier ich meine hier den Weg beim man sieht von dem großen Silo wo ich bin Richtung Ausgang das ist so ein bisschen weil es ist ja angehöht das ist so ein bisschen wie kann ich die die das heißt schon wie drehen aber wie kann ich die Map drehen dass ich das anders sehe hier wenn ich dann eine Halle hinstellen will oder so ich habe schon hingestellt da könntest du bei der Halle dann noch wie machst du das mit dem Beton ich möchte die Halle noch den Platz ein bisschen hier ja schon mal mach ich gleich ja schon mal mach ich gleich das ist ne geile Lok ach hast auch grad die Lok gesehen da sind einer sie mal miterlebt die Lok die Lok fährt hier alle zig alle zwei Minuten lang ja bau mal den Elkau hier weg ja warte und dann hier hin hm was sieht das Ding dann kann ich mich da jetzt nicht reinsetzen so ich mach hier mal ein bisschen sauber hier dann setz ich mich rein vor der Halle kannst du dann noch Beton rüber machen da muss man mal zeigen wie das geht ich möchte das auch mal wissen hier dann kann ich mal das selber machen hast du da in den Lagern was drin äh bis jetzt noch nicht ja dann verkauft die uns jetzt die nochmal neu ja dann ist die Unheilheit aber wieder da hab ich schon probiert hast auch ein bisschen gebaut eh ja und scheiße gebaut eh wie ich dann hab ich alles hier kaputt gemacht warum kann ich jetzt nix mehr verkaufen mit WTF toll klick drauf passiert nichts hey Lager ja verkaufen guck damit oh da ist noch ein bisschen gewesen hier krass mach grad die Taktoren da rein schön kann die Kerke nicht verkaufen ich weiß nicht warum ich klick drauf zum verkaufen passiert aber nichts so man könnte eigentlich bei den Hallen gleich gleichen Dinge hin machen weißt du ein Hochdruck eine muss man nicht immer dann wenn sie dreckstig rein stellen zack waschen ha ja auch gut ne gute Idee zum scheiß zum scheiß gute Idee jetzt ist schon mal eben da ja und was hier hinten ist und was hier hinten ist also zu sehen zu Juli und hier hinterm Silo und du rausfährst das ist noch eine kleine kleine Lücke dieser zwei kleine Lücken ich nur angemerkt war danke äh das hatte ich nicht das finde ich mal geile Garage hier schön alles rein stellen und dann mach ich nämlich folgendes Leute mach ich hier ein Hochdruck rein 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 jetzt muss ich nur noch kleine Stellen ausbessern die Verses grubber und dann ach du heilige so dann kann ich bereits wieder Gras ansehen ist schön soll da alles mit Pflaster oder äh warte ich komm mal nochmal zum Hof äh ne das reicht das äh sagt hier ja kannst du so lassen das mit dem Pflaster und so das kann ich ja selber alter wie kann ich hier drehen das ist so scheiße mit der Web wieso geht das nicht wie kann ich die Map weißt du drehen dass ich egal äh Q und E wie Q und E ah ok ah dankeschön wollte ich wissen wie gesagt das hat man ja noch nie gemacht hat das ist sehr kompliziert ja wenn ich die Tasten weiß dann nicht da hab's ja überhaupt bisschen gerade gemacht aber ich weiß nicht so so dreckig aus dreckig aus danke Julian kann man gucken ob das geht irgendwie ok ähm wie hast du jetzt gesagt wegen den Landschaft hier modellieren wann man mal ganz gucken ich will 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 mal ganz gucken wie hast du gesagt B oder H B und dann Schaufel dann Landschaft modellieren so jetzt habe ich den Kreis X wie kann ich das umändern zwischen modellieren und Texturen Tab mit X mit X mit X ah ok so X Bodentyp mit dem Falthaus dann kannst du immer größer werden wie dann kannst du größere Flächen machen ah ok ja ähm ja und dann und das war's schon jetzt die Boden und die Bodentypen Modifikationsgröße 4 oder hast du Bodentyp oder was hast du gehabt Modifikationsgröße habe ich 20 bei mir vorhin äh da habe ich es mit keinem gemacht ja ja ist das dann der Beton oder wo drin ist jetzt oder da musst du gucken das ist ja aber welche ich sehe wie kann ich den Bodentyp ändern mit was mit Tab mit Tab ah ok und welchen hast du gehabt musst du gucken kannst immer probieren indem dass du ein Ding magst und dann immer durch wechselst ja schwer zu sagen eigentlich gesagt den grauen den hellen hier den oder ist das ja der ist heller den kann ich aber immer überschreiben oder äh David du hast von mir noch was bekommen ja danke ich habe es gerade gesehen alter welchen typ hattest du da warte mal aber der sieht gut aus aber der sieht gut aus wo bearbeitest du da gerade aus wo denn ja da wo du gerade vorbeigelaufen bist mit den Traktoren wie kann ich das schön gerade machen also auf einer Seite so aber wie kannst du wie kannst du ähm wie kann man das schöner machen also dass das gerade ist gerade ist gerade das heißt du musst c drücken der kreis ist ja nicht gerade c ist ein viereck ah genau das danke dank genau das das wollte ich wissen dankeschön hab schon dankeschön danke danke ange bis jetzt dieses land nicht ich bin bei tom hm geht's nicht ach Leute ich bin bei WC1 oben ne lol bin ich ein bisschen falsch alter alter pass mal auf also wieso bewegt sich das die ganze Zeit wird überstehen bleiben so bleibe ich nicht aber ich gedreht habe alter also wieso 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 bleibe ich nicht stehen wieso bewegt sich das die ganze Zeit was machst du so weit wollte ich nicht digi digi kannst du ja noch ein paar hinstellen ja wieso bewegt man sie immer die ganze Zeit weil du jetzt gerade drinnen bist oder was und was liegt das naja das hat nichts mit mir zu tun ja guck das bewegt sich die ganze Zeit was mache ich denn ich habe nichts gemacht ich sehe das nicht guck mal das bewegt ich kann nicht stoppen sagt mir doch einfach wie ich es mache naja jetzt soll ich dir da noch eine Rolle hinstellen oder ja warte mal soll man solche machen oder sie ziehen die scheiße aus alter alter mal jetzt muss ich nur noch nach vorne fahren und da ist gleich ich werde auch gut aus diese dinge oder ich gehe jetzt mal nicht weit mhm man merkt du bist reif ja ich mache das hier noch fertig und dann gehe ich auch kann schon mal den helfer da hinten entlassen das ist wenn man das doppelt macht was sind das für welche das sind andere fließen also alter ist die sind geil wo so ein bisschen steinig sind da geiler so ich habe jetzt gehört auch schlöcke so gefleckt das finde ich gut oder was ich meine hilfst du mir gerade oder wie ja ich habe nur das große Feld dran ich mache mir 20 mal so viel wie du wie meine ich meine du das große mit dem Feld hast du rechts und links seh oder achso ne ok ja stimmt kannst du hoch gehen auf 20 aber ich gehe jetzt auf das sieht gut aus oder ja Achtung ich speichere ja ach ja warte das welche ist das da mal welche flecken war das da mal welche ist da mit dem flecken hier so bei der halle gehts nicht komischerweise ja da packt es ein bisschen musste ich habe gerade ein bug gefunden hier steht ein fall so ein sound fall da steht ein frauenzahl auf dem großen das heißt kohle heißt das ding hat da kann man durchfahren also ich muss sagen euer ding ist schon sehr schön weil ich konnte mir ja noch nicht mal ein farmhaus platzieren ja ja ich konnte nicht mal ein farmhaus platzieren was terrar nicht geeignet war für das farmhaus kann nicht gerendert werden vielleicht geht es jetzt weil es wieder eben ist mal gucken aber dann mache ich morgen jetzt ein mal das mit dem farmhaus morgen da wenn ich das bewege ich musste wenn ich das mal graf her mit dem dann geht das eigentlich schon so dumm mit der bewegung hier hatte dreh dich einfach alter ich verstehe warum die maus so bewegt ein bisschen im back darf ich mit der maus nicht so schieben so so das drehen immer ja ich tue nichts bin nur noch vorgegangen hallo und so machte das ich verstehe es nicht wer versteht es ich verstehe es nicht meiner liebe du david ich nicht hier geht es drauf ich finde es so schön eigentlich wie ich es jetzt habe das mit dem dreh verstehe ich bis heute noch nicht hier mit der maus muss ein bisschen reinkommen und dass das sich hier so ein bisschen bleibt doch einfach versteht es nicht da darf ich nicht mehr da darf ich nicht mehr das lassen wir so das 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 ist das das Warum? Wie toll, oder, David? Wird doch bei uns hier. Ich konnte jetzt endlich auch ein Firmenhaus platzieren. Okay. Gut, das heißt, ich kann jetzt mein Auto auch endlich in einem Haus parken. Das Ding steht vielleicht nicht unbedingt in der Nähe eines Tors, aber es steht. Kann ich auch sagen, ich habe ein Haus. Ich habe ein Haus auf dem Flur. So, das war weiter hier dann ein bisschen. Ich finde es gut, oder? Ich verstehe nicht, warum ich... Na, mit der Maus ist es ein bisschen blöder, wenn die sich bewegt. Es ist ein bisschen blöder, dass hier so... Ich habe gesagt, mit modellieren umändern, mit X. So, und Modellierungsgröße, äh... Wer sagt, C, oder? Kann man Wasser machen? Geht das? Geht, oder? Oder ging? Ah, da geht es nicht. Da bei der Wiese kann ich nicht. Nur hier. Ah, okay. Geht das? Wenn ich es tiefe mache? Also, der hat die Halle hier so hingesetzt, okay. Die wollte ich eigentlich so... Na, der macht das links-rechts. Ja, okay, er hat es jetzt so gemacht. Ja, warum nicht? So, meine Lieben, ähm... Ist ja nicht mehr so viel los heute, aber macht gerade so Spaß. Deswegen, ähm... Das ist geil, dass ihr wolltet sich die ganze Zeit mit dem Hof angucken, wenn ihr es nicht hingefahren. Hochdruck, keine umändern. Wie mache ich das, wenn ich einen umändern will, hier, wo da ein bisschen falsch steht? Ausländer, das weiß ich jetzt nicht ausländisch. Ähm, ja? Ne, ähm... B, dann hier. B wie Dabber. Diverses, ja, und dann Gerät, und dann Garage, ne? Verkaufen, und dann... Da, Kirche. Ja, aber wo weiß ich, wo welcher steht? Ja, das... Deine Aufgabe, ich meine. Ah, hier. Ja. Ja, so, habe verkauft, okay. B, jetzt habe ich es gesehen wie... Dann, ähm... Diverses, Kirche, ja, ah, ich habe schon... Okay, so, okay, haben wir hier einen Kirche, da könnte man eigentlich so eine... Werkstatt, gibt es hier eine Werkstatt? Haben wir hier noch gar nicht diese, ähm... Was ist das mit diesen Heuballen oder Ballen? So, finde ich gut. Ja, aber ich, wenn ich jetzt abhau, mache ich eins, ich mache meine Tore dicht. Ein Tore dicht. Kann ich auch, oder? Wie geht das? Wenn du Tore hast... Ich habe ein Tor, aber das ist aufgegangen, aber wie kann ich die schließen? Ja, dahingehenden, äh, hier, linke Maustaste drücken. Linke? Aha! Läuft bei mir. So, Tom. Hä? Jetzt hast du die letzte Möglichkeit, entweder guckst du mir den Hof an, oder nicht. Ne, morgen, ja. Okay. Oder heute? Hey, ich kann das Haus gehen. Läuft bei mir. Das ist geil, ich komme nicht mehr in die Küche hier. Doch, ich komme rein. Ja, bist du dick dafür. Ja, voll fett, die Saui. Kann ich die Tür zumachen? Das Geile ist, wenn die Biogasanlage benutzen möchtest, musst du mich um Erlaubnis fragen, weil ich der Besitzer bin. Ja. Okay. Ja, das, jetzt finde ich gut, denke ich, hier so schön mit der Windmühle hier oben, also Windrad hier. Ach, warte mal, ich kann ja noch was. Ja, guck mal, bei mir, hast du gesehen, David? Ja, ich war da schon, bin ja mit dem Auto drauf umgedürftet. Äh, ja, wir haben ja jetzt schon umgebaut. Ach, du Scheiße, sorry. Bei den Schafen, ähm, er. Schäckchen haben wir auch. Brauchen wir Hühner, kann ich Hühner auch? Nee, brauche ich gar nicht mehr. Finde ich gut, der Große da, den hätten wir eigentlich hier hinstellen können, der ist, finde ich ja eigentlich so okay, den lassen wir so stehen, den lassen wir auch schon stehen. Hier haben wir vier Traktoren, einen Stapler, nee, hier ist noch ein Traktor. Dann könnte man eigentlich auch noch hier rüber stellen. Sehr viel besser, wenn man Platz ist. Achso. Raids Gaming, moin! Ich bin spät dran, ich weiß. 3.74 Uhr, Alter, ich muss aufhören jetzt. Wie läuft's bei dir? So, wir sind halt hier immer noch dran bei Farming Simulator 19. So, was ich noch wollte, ist, hier haben wir einen Hochdruck ein, die habe ich halt hierhin gemacht, damit ich dann, wenn ich dann waschen will, hier einfach so, zack, und dann ist hier rüber, ne? Und ich habe jetzt noch ein kleines Hützchen. Tele-Upload durch. Okay, da hinten habe ich dann auch noch einen, da kann man dann immer waschen, ne? So, zack. Und dann könnt ihr da drüben auch noch einen hinmachen, ne? In der Mitte. Geht das noch? Wie? Läuft, läuft, läuft bei mir. Oh, sorry. Da ist ja müde. Na ja, langsam. Was mich alles macht für die Zauberkeit, ja. So, dann, ja. Finde ich gut, was gibt's hier noch? Dekoration. Hofunterstand. Da geht hier gar nicht ran. Mir auch nicht. Mir auch nicht. Ding, das steht ja jetzt da, wo die Dinger eigentlich stehen. Was ist ein Hofunterstand? Einen Unterstand für den Hof. Ganz doof gesagt, ein Hofunterstand für den Hof. Mhm. In der Länge, oder? Geht ja so. Vor der Seite, ich wusste nicht, hier der Eingang. Zur anderen Seite. Vorne so. Ah, okay. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, bist du bei mir? Aber das ist ja bisher gar nicht bei mir. Oh. Hm? Das sah gerade so aus, in deiner Chemung wärst du bei mir. Echt, ey? Ja. Weil der Hof ähnlich aufgebaut ist. Bloß, erstens sind nicht so viele Fahrzeuge drum. Mhm. Und zweitens, äh, ist, ja, deiner nicht so chaotisch. Glaube ich. Wieso? Wie meinst du? Ja, der guckt doch mal vorbei. Ich glaube, ich muss das Ding wieder löschen, ja. So. Nein. Mir ist schön, ey. Hofunterstand habe ich hier hinten noch. Ja, jetzt gehen sehr inaktiv, ja. Ja, Hofunterstand, das ist einfach so, ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Kann man ein bisschen was reinstellen? Ja, warum nicht? Ich meine, ja. Da muss man auch ein bisschen die Wiese dann wegmachen hier. Das kann man dann morgen machen, so. Lass ihn mal so stehen. Sieht gut aus. Wo bist du denn? Wie komme ich zu dir, wenn ich Tab drücke? Nee, oder? Ja, äh, nee. Nee. Muss ich rüberfahren? Ich muss hinfahren. Okay. Das kann man ein bisschen blöde. Was soll ich hinfahren? Ein Auto haben wir ja. Da habe ich es hartgescheinig. Ja, machen wir morgen, ne? Wo bist denn du? Welches Feld? Wo, wo? Wiese 2. Äh, Wiese 1. Wiese 1? Ganz oben links? Alter. Ach. Ach. Du kannst ja zu uns kommen dann. Boah, das wird dann noch ein bisschen schöner. Das habe ich eigentlich recht gut gemacht. Also, ich bin jetzt bis jetzt mit meinem Hof zufrieden. Ja, mir eigentlich auch. Ich könnte da dann noch ein bisschen was ändern. Dann muss ich dann gucken, was ich mache. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich da nicht so viel platzieren konnte wie bei euch. Aber, auf jeden Fall kann ich sagen, eine Wiese, bei Satzfeld 18, mache ich zur Wiese, Satz zur Graswiese und dann setze ich da weitere Kuhstände hin. Okay. Oder vielleicht ein bisschen Lagerbestand, wer weiß. So, jetzt, wie den Boden den Wechsel? Wie war das? Nochmal? Scheiße. Meinst du jetzt vom Kreis auf... Böcher oder was? Naja, die Platten. Die Platten wechseln. Scheiße, ich weiß nicht mehr. Kuh. Tab. Ah, tab. Tab. Aber ich weiß nicht mehr, welche Platte wir gehabt haben. Hier, diese komische. Ja, super. Schwer zu sagen. Ich weiß nicht mehr, welche Geflecke die wir hatten. Herr Tom, ich verlasse dich jetzt, aber ich bin müde. Ich gehe auch, ja. Ich weiß nicht mehr, welche Platten. Scheiße, ey. Egal, lass dich so machen. So, meine lieben Freunde. Therese, geh mir guck noch rein. Ich werde mich auf... Muss ich was speichern noch hier? Wo speichere ich? Ne? Er speichert sich von alleine. Ja? Mhm. Könnte man speichern? Wo? Äh, Spiel speichern. Wir haben uns können speichern. Ne, gibt's nicht. Ne, pass. So, Seen, Feldfrüchte. Da steht ja in Hilfe. Hm, ernten. Ich muss mich da ein bisschen durchklicken, weil die... Schweideproduktive... Ruhe, Schafweide. Schafe Nahrung, Null. Das heißt, dem muss ich Nahrung geben, natürlich. Saubergeld, 100%. Schafe Nahrung, Gras, Heu. Dann Schwein, Mais, Weizen, Gerste, Sojabohnen, Röktoffel. Okay. Bei Schafen brauche ich Gras, Heu. Das heißt, ich muss irgendwo ein Ding kaufen, wo ich mähen kann, oder? Tiere brauchen immer Wasser, wir müssen auch eine Sauberfutterstelle, der Stroh. Wo finden Sie wieder einen folgenden Foto mit? Beste Resort hältst du, wenn du ein gefekte Foto gibst. Gras, Heu. Also Gras, Heu. Und Wasser? Wo krieg ich das? Muss ich einen Wasserdank kaufen? David? Einen Wasserwagen und ein Wasser holen. Einen Wasserwagen, da ist ein Wasserwagen hier. Ja, und dann musst du Wasser holen. Und Wasser, dazu musst du so ein Wasserstand-Ding kaufen. Aber fragt mich nicht wo, und eh, tut mir leid, ich bin jetzt aber auch müde um meine Nacht. Na eben. Aber nach einer halben Stunde Schlaf krieg ich. Ja, wir müssen pennen gehen, das geht gar nicht. Ja, Entschuldigung, ich spinne mal weg. Also, tschüss, Diggi, wir hören uns. Wir hören uns heute Abend vielleicht. Ja. Spiel abrennen. Meine lieben Freunde der Nacht, ich lasse es gut sein. Weil es spät ist. Und deswegen bin ich jetzt weg mit Farming Simulator 19. War wieder ein schönes Team, ein langes Team, 3 Stunden 34. Schatz, die muss ich mir auch noch schreiben. Und ich sag mal so, wir hören uns morgen wieder. Also heute wieder. Ich weiß nicht, vielleicht am Nachmittag, ich schlafe ein bisschen aus, gucke noch ein bisschen Fernsehen, isst noch was. Und ich muss morgen noch ein paar Sachen machen. Es ist heute ein bisschen lang geworden, weil ich eigentlich später noch, ähm, spät gestartet habe, weil ich noch weg war am Angeln, mit dem Kollegen. Und wir sehen, hören uns, meine Lieben. Guck mal, ich die abrufen. So, diese Seite. Und, äh, wie gesagt, heute Nachmittag oder am Abend, ich muss gucken, ja. Einfach spontan. Race Gaming, danke schön, dass du noch reingeschaut hast. Und alle anderen, äh, Peace wie immer. Oder? Und wir hören uns, ja. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich bin draußen. So, Eispackung wegschmeißen hier, den Sauerstau hier ein bisschen aufräumen. Ja, Sauerstau gibt es ja beim Henne fast nicht, aber ein bisschen ist, ja. Und wir sehen uns. Ich bin draußen. Salutier für euch. Und, äh, bis heute Nachmittag, Abend oder sonst morgen. Ich gucke, ja. Bye, bye. Und, äh, bis heute Nachmittag.